So, jetzt aber. Dann wollen wir mal. Spiel fortsetzen. Da sind wir. Ich muss wieder lauter machen, wenn ich mich nicht irre. Da lodert ein schönes Feuerchen. Erinnert mich an Papa und mein Buch. So eine Gemeinheit. So eine Gemeinheit. Papa hat nämlich, nachdem er die vollkommen ranadierte verwüstete Küche gesehen hat, Clios wunderschönes Buch über die Abenteuer von Captain Kabeca in den Ofen. Geschmissen. Wutembrannt. Ja, deswegen diese. Für diejenigen, die nicht da waren. Gerade zusammengefasst und so. Hey John. So, was haben wir hier? Ins Gästebuch schauen. Oh Gott. Oh. Oh, guck. Oh, das sind bestimmt ein, das sind Kickstarter-Unterstützer, ne? Oh, guck hier. Direkt durchgehend. Der Mieter 75. Hier muss man ja mal. Guck hier. Cold Swings. Ach, guck. Das ist schon cool. Gerade ein bisschen. Nice. Neun Seiten. Ja, dazu muss man ja sagen, ne? Also es waren ja insgesamt 1200 Hau mich platt. Äh. Unterstützer. Bei Kickstarter. Wo war Betty? Wo, 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 wo? Wo ist Betty? Hab ich Betty übersehen? Betty war auf der Seite. Auf welcher Seite? Betty, 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 Betty. Seite 2. Ich bin Betty. Hä? Bin ich, ich meine meine Augen? Oh, 50. Ah, da. Alles klar. Ja, Betty. Betty, Betty. Betty, Betty. Bei dem ich nun gefühlt schon viel zu lange hänge. Oh, okay. Es gibt, ja, okay. Alles klar. Betty, Betty, Betty. Asra, ihr kenn ich doch auch. Das ist halt immer, manchmal weiß man nicht so sicher, ne? Also, das, das ist immer so eine Sache. Ja, es kann ja auch jemand anderen geben, der sich so nennt. Och, guck mal der Ju. Ach, guck. Okay, das ist ziemlich eindeutig. Das ist aber sehr eindeutig. Ach, cool. Bestimmt fake. Bestimmt. Eben hier ein Hallöchen-Trick. Hm. I drink, therefore I... Arr. 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 Die Namen hier sind voll gut. Cool. Und ich glaube nicht, dass... Hat Andi dir alle vorgelesen? Das glaube ich ja nicht. Guck mal, der Parapixel. Skybrush Freepwood. Ein mächtiger Pärerhahn. Hahaha. Voll gut. Ja. Hat er? Andi streckt halt auch das Let's Play. Ja, bin ich. Raum 81. Der feine Herr Dobermann. Da guck. Orient Perle. Ach, Mensch. Guck, warte. Ich war hier drüben. Mensch. Tufi. Ach, ist das schön. Schön. So viele, ne? Das ist so meta. Bist du da auch Raubel? Weiß ich nicht. Also, weiß ich wirklich nicht. Guck mal, hier ist der Heiner. Hunter Hamburg. Netty Networker. Arufirm. Arufirm. Guck. Ach, schön. Bumsi. Guck, 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 guck. Cool. Hast du die Mail damals nicht beantwortet? Doch, ich glaube schon. Aber ich vergesse Dinge. Achso, war das ein Entweder-Oder. Das kann auch sein, ja. Dass das ein Entweder-Oder war. Entweder Flaschenpost oder Gästebuch. Das kann auch sein. Das ist gut möglich. Ich hoffe ja wirklich, dass ich meine Flaschenpost finde. Ich würde die euch gerne vorlesen. Ansonsten lese ich die euch. Ich, ja, hab die ja noch. Ich hab meine Antwort, die ich geschickt hab noch. Die möchte ich euch definitiv gerne vorlesen. Hm. Eventuell noch eine Special Edition irgendwo herbekomme. Oh, nice, Anni. Hm. Hab sie gefunden. Ach, sie ist also in jedem Playthrough. Also, alle Flaschenpost-Dinger sind in jedem Playthrough. Na, dann finden wir die schon. Easy. Das kriegen wir schon hin. Hm. Dann kriegen wir das hin. Dann ist es kein Problem. The Mighty Cirque. Ach, schön. Super Kitty. Hm. Captain Grock a lot. Er ist auch schön. Er ist auch voll gut. Did you good? Verstehe, verstehe, verstehe. Nein, Katze, nein. Geh. Nicht wieder an mir hochklettern und mich kratzen und so. Das wäre echt gemein. Hafenleiche. Alle Flaschen können geangelt werden. Ah, sind sogar deterministisch. Wenn der gleiche eine an der gleichen Stelle mit der gleichen Fülle... Ah, alles klar. Na, dann ist doch alles easy. Dann ist alles easy. Hey Interminius. Wunderschönen guten Tag. So, wir haben nur noch drei Seiten vor uns. Komm, das schaffen wir. Also sechs insgesamt vermutlich, ne? Was war denn noch? Ich will natürlich niemanden übersehen. Ihr müsst schreien, wenn da jemand ist, ne? Ich mach schon extra ganz langsam, aber mein Hürden ist halt auch noch langsam. Das ist so das Problem. Es ist schwierig. Hallöchen, Hans. War der existenzielle Chill-Tag? Äh, gestern war gut, ja. Gestern war schön. Gestern war sehr, sehr schön. Laut kleiner Drache, guck. Da, da, ein dreikörfiger Affe. Gar nicht. Gar nicht. Lüge. Also die verschiedenen Chöne, ich weiß nicht, wie viele tausend Varianten es gibt. Hm. Hm, 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 hm. Äh. Weg kommt denn irgendein Fehler? Irgendwas? Ansonsten, äh, wenn kein Fehler kommt oder so, geht eigentlich immer an einem Browser im Zweifel probieren. Vielleicht. Aber es ist ja auch nicht so entscheidend. Und der Baron. Hetzbacke. Guck, da ist Hetzbacke. Aha. Habt ihr Baron und Hetzbacke gemeint? Ja, okay, nice. Yippie. Hab ich. Flirt eller Floyd. Hm, hm. Oh, Flaksos. Guck, hier ist Flaksos. Da ist Flaksos. Das war so klar, ne? Trau mich schon immer nicht, solche Nachrichten vorzulesen, weil Kobritsch sich da instinkt getriggert fühlt. Ja. Kobritsch, danke fürs Zwangsverflauschen von Trick. Trick ist damit im 15. Monat. Ähm, darf Igor in die Igominizielle bestellen. Igor die Getränkewünsche mitteilen. Und wenn Trick Glück hat, bringt Igor irgendwann, äh, was du bestellt hast. Wir nehmen dann Kobritsch. Dankeschön. A grumpy fox. Da, a grumpy fox. Oh. Entschuldigung. Manchmal bin ich halt, wie ich bin. Hm. So, ich glaube, wir haben niemanden übersehen. Also, ich hoffe zumindest. Irgendwie will Twitch nicht, dass ich Millionär werde. Steffens 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 knippt mir natürlich. Jetzt hätte ich fast Steffens übersehen. Oh. Ich habe Crick übersehen. Ist aber auch schwierig, ne? Wir haben Crick übersehen, Chat. Die 84. Chat direkt. Ach, hier. Crickling. Ach, schön. Ich muss das unbedingt umschreiben, ne? Ich muss ja, ich muss das irgendwann mal umschreiben. Komm bitte halt. Kriegst ein Fenster. GG. Dankeschön. So. Okay. Wir haben das ganze Buch durchgesehen. Sehr schön. Ach, freue ich mich. Und hier. Gucken wir uns erst mal um. Korkensammlung. Das ist ein großer Glaskontainer, der bis zur Hälfte mit Korken gefüllt ist. Ist wohl so ein Deko-Ding. Ich glaube, es fällt nicht auf, wenn ich mir ein paar mitnehme. Die können wir bestimmt zum Angeln benutzen, ne? Eine Handvoll Korken aus dem McInelly Hotel. Also vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die auch für was ganz anderes da. Man weiß es noch nicht. Mal gucken. Fenster soll das heißen. Schwert, Feuer, Zivilisation. Oh. Hallo. Hey. Einen Moment bitte, junge Dame. Ich möchte noch schnell meine Gedanken sortieren und auf Papier bringen. Bevor ich alles durcheinander bringe. Ähm. Doch das eigentliche Highlight dieser Reise liegt noch vor mir. Mein Besuch in der versunkenen Galerie Attilantis. So, das fürs Erste. Was sagtest du? Bist du Gast hier im Hotel? Klar bin ich das. Laut diesem Reiseführer ist ein Aufenthalt im McInelly Hotel ein absolutes Muss. Verrätst du mir deine Raumnummer? In meinem Reiseführer steht, dass in diesen Hotellobbys oft Taschendiebe unterwegs sind. Ach, ich bin doch kein Taschendieb. Ich will nur deine Raumnummer wissen. Ähm. Lieber nicht. Wozu wollen wir die wissen? Also ich meine, wir wissen, sie steht im Gästebuch. Ja. Aber wozu wollen wir die wissen? Also, I mean. Hä? Wie strange. Hast du? Stell dir das mal vor. Sitzt im Hotel, gerade irgendwie in der Bar oder so. Kommt da jemand und fragt nach deiner Schimmernummer. Hä? What? Was ist das für ein Buch? Du meinst mein Reisetagebuch. In meinem Reiseführer steht, dass man auf jeden Fall ein Tagebuch führen sollte, weil es auf McInelly Palms so viel zu sehen und zu erleben gibt. Der Friedhof, der Leuchtturm, die Panemou Bay, die Leuchtpilzinseln, die versunkene Galerie Attilantis. Mich macht Attilantis immer noch fertig. Sie mögen mir mein Moin, Moin, Hallöchen. Das war nicht einfach fertig. Du liebst deinen Reiseführer, was? Natürlich. Ich werde doch nicht riskieren, hier irgendwas zu verpassen. Ich habe mir vorab schon alle Tickets gekauft, die man für diese Reise benötigt. Der Zeitplan ist eng, aber zu schaffen. Steht alles hier im Reiseführer. Das Einzige, was nicht im Reiseführer steht, ist... Wie man sich im Urlaub entspannt? Wie ich an das perfekte Souvenir komme. Was wäre denn das perfekte Souvenir? Ein Pilz von den Leuchtpilzinseln. Aber die sind so gut wie unmöglich zu pflücken. Okay. Hast du gerade Attilantis gesagt? Warst du schon dort? Es soll atemberaubend sein. Noch nicht. Aber ich muss unbedingt dorthin. Ich habe das Ticket schon vor Wochen besorgt. Das wird ein echtes Highlight. Was willst du für das Ticket nach Attilantis haben? Das gebe ich nicht her. Hm. Aber vielleicht macht sie das ja gegen das perfekte Souvenir. In diesem Urlaub schon Krakenfotter gespielt? Im Reiseführer steht, das gehört zu diesem Trip irgendwie dazu. Aber alle wollen immer nur mit Einsatz spielen. Das ist mir viel zu riskant. Deine Entscheidung. Wenn du damit leben kannst, eine Herausforderung im Krakenfordern, in den heiligen Hallen des McAnally Hotels Feige abgelehnt zu haben, das macht sich bestimmt gut in deinem Reisetagebuch. Hm. Nein. Wirklich nicht. Zu riskant. Gehst du denn niemals ein Risiko ein? Niemals. Noch nie. Warte. Noch nie ohne Stoppersocken die Treppe runtergerannt. Den Toast mit der Gabel aus dem Toaster gestochert. Oh Gott. Ich hoffe, das hat keiner von euch jemals getan. An der Milchtüte getrunken, ohne vorher daran zu riechen. Oh, gefährlich. Mit Zahnbürste im Mund die Betten aufgeschlagen. Oh, nee. Wir fangen oben an. Ohne Stoppersocken die Treppe runtergerannt? Niemals. Ich hab dir mein Messer genommen. So, um die Weihnachtsgeschenke zu machen, kriege ich dann für ein paar Wochen erstmal der pure Stress aus. Oh, lol. Warte, mach doch eigentlich regelmäßig. Aber wieso? Dann stimmt doch was mit dem Toaster nicht. Ich meinst, Toasties immer mit der Gabel rauspupeln. Ach, Leute. Warte. Gehst du denn niemals ein Risiko ein? Niemals. Noch nie. Den Toast mit der Gabel aus dem Toaster gestochert? Niemals. Oh, sie sagt einfach nur niemals, schade. Schön, dass du es auf den Toaster schiebst. Gehst du denn niemals ein Risiko ein? Niemals. Noch nie. An der Milchtüte getrunken, ohne vorher daran zu riechen? Niemals. Das gibt's ja nicht. Gehst du denn niemals ein Risiko ein? Niemals. Noch nie. Mit Zahnbürste im Mund die Betten aufgeschlagen? Niemals. Stimmt der was nicht. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Der Schatz der ewigen Erinnerung? Davon steht nichts im Reiseführer. Wo ist das? Ach, vergiss es. Ich komm später nochmal wieder. Alles klar. So, warte. Tagebuch. Der Hotelgast. Im McAnally Hotel habe ich eine Frau getroffen, die ein Ticket nach Attilantes bei sich hat. Ich denke, ich könnte es ihr in einer Partie Krakenvorder abknöpfen, aber dafür brauche ich den passenden Einsatz und ich muss sie irgendwie dazu bringen, das Risiko einzugehen. Die Frau ist einfach zu verkrampft. Viel zu verkrampft. Okay. Wir werden wohl so einen Pilz brauchen, denke ich. Was in Ordnung ist. Können wir in ihren Rucksack? Nee, ne? Das war knapp. Oh. Danke. Danke. Oh. Bei Raupen muss das Toast zu ihr kommen und nicht Raupe zum Toast. So sieht es nämlich aus. Doch. Cool, wo in meinem Toast auch rum? Hallo? Psst. Ich will dazu hören. Psst. Ich will dazu hören. Lass alles raus. Ausstellungsraum betreten. Können wir denn oben irgendwo hin? Ja, wir können tatsächlich zu den Hotelzimmern gehen. Interessant. Besser nicht. Können wir nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Elvis lebt. Besser nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Okay. Also, Flörs Raumnummer steht ja hier drinnen. Die war hier. Wo war Flör? Ähm. Die war hier irgendwo. Ich bin mir sicher. Die hat ja irgendwo oben rechts. Ja. Room 69. Raumnummer 69. Ob mir das jetzt was bringt? Ich glaube nicht. Jetzt Lust auf eine Runde Kraken, Fodder? Mit Einsatz? Natürlich. Hm. Nein. Wirklich nicht. Zu riskant. Hier, Retro-Eggie. Ich komm später nochmal wieder. Alles klar. Nicht Cthulhu. Das hier? Ja. Vermutlich. Es ist eine Krakenfodder-Karte. Es ist der Kraken. Hey! 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 Stopp! Ein Tritt nur für Hotelgäste. Aber ich bin doch ein Hotelgast. Ach ja? Name? 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 Laverne McMorris? Hm. Zimmer Nummer? raum 36 was ist doch die raumnummer stimmt nicht mit dem namen überein wie ich schon sagte ein tritt nur für hotelgäste okay wo ist hier mac morris gibt es überhaupt madison f walker gibt es das wäre die drei karo nee das nicht frauen wo ist denn hier gibt es überhaupt mc lawrence vermutlich nicht ne aber gab es kreuz drei als antwort möglichkeit ich glaube fast nicht karo herz piek das ist piek vorne ist kreuz wir versuchen das mal mit madison f walker kreuz drei mal gucken hey 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 stopp ein tritt nur für hotelgäste aber ich bin doch ein hotelgast ach ja name madison f walker zimmernummer raum kreuz 03 so weit alles in ordnung dreistellige prüfziffer eine prüfziffer ernsthaft na war um nein Zwei? Fünf. Drei? Wusst ich's doch, die Prüfziffer stimmt nicht überein. Wie ich schon sagte. Eintritt nur für Hotelgäste! Okay, also irgendwie müssen wir hier noch gucken, wie das mit der Prüfziffer funktioniert. Elastent. Da steht Kass... Achtung! Hier steht kein Durchgang. Nur für Hotelierste. Raupe. Ja, ist gut. Hey, Fabi. Du, Sam? Hm? Spiel das Lied doch noch. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Warte mal, das mit der Prüfziffer. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Ich will da zuhören. Elvis will zuhören. Jetzt Lust auf ne Runde Kraken, Fadda? Mit Einsatz? Natürlich. Ich spät nur, sie können wir nicht fragen. Ich komm spät. Alles klar? Okay, das lernen wir noch. Das kommt noch. Alles klar? Na dann, gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Ach ja. Yippie! Joker! Joker, danke fürs Zwangsverflauschen von Icepie. Icepie ist damals im 18. Monat im Kokon und kriegt ne flauschige Ärmeldecke zum Einmummeln im Kokon. Oh, was sind wir denn da? Kleidung. Uh! Was haben wir denn da? Finger weg! 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 Äh, einmal noch. Hi. Ich will auf keinen Fall einen Sonnenbrand bekommen. Wo wir gerade dabei sind, würdest du mir den Rücken eincremen? Muss das wirklich sein? Oh ja, natürlich muss das sein. Ich will doch keinen Sonnenbrand bekommen. Also. Okay, meinetwegen. Uah, jetzt sind meine Hände voller Sonnencreme. Finger weg. 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 Animo ist ein wunderschönen guten Abend natürlich hinter mir. Sonnencreme. Man kann nie alles verteilen. Ein schmieriger Rest Sonnencreme bleibt immer in den Händen. Was mache ich denn jetzt mit der schmierigen Sonnencreme? Ah, danke. Was wolltest du sagen? Bist du Gast hier im Hotel? Darauf kannst du wetten, damit ich einen möglichst kurzen Weg zum Strand habe. Darf ich deine Zimmernummer erfahren? Natürlich. Cool, danke. Soll ich sie dir zusammen mit dem Code für den Zimmer safe notieren und dir eine Tragetasche mitgeben? Okay, okay. Deine Haut hat mich so geblendet, dass ich die Ironie nicht hab kommen sehen. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Für so einen Quatsch interessiere ich mich nicht. Schon mal was von der versunkenen Galerie Attilantis gehört? Das ist eine dieser Sehenswürdigkeiten von McAnally Palms, richtig? Dafür habe ich keine Zeit. Ich bleibe hier in der Sonne liegen, bis ich braun genug bin. Also für den Rest ihres Lebens. Verstehe ich schon richtig, oder? Schade. Gut, wir haben schmierige Sonnencreme. Können wir denn... Können wir... Wo kann ich das nicht angeln oder so? Ich meine... Ma! Unnauffällig wegangeln. Quasi. Okay. Die liegt da rum. Können wir denn ganz... Achso, er lässt uns ja eigentlich nie irgendwas fragen, ne? Vergiss es. Den Kerl spreche ich nie wieder an. Ja. Ingo definitiv nicht. Hier können wir angeln. Und... Oh, warte. Hier waren wir ja noch gar nicht. Gruselig. Moment mal. Point- und Click-Adventure sind tot? Was? Moment mal. Point- und Click-Adventure sind tot? Äh... Du hast mich gerade in eine Adventure-Stimmung gebracht. Ich glaube, ich werde mir da endlich mal einen Toonstruck wagen. Bis bald. Viel Spaß, Hans. Hier steht, wenn das Leben dir Zitronen gibt. Hier liegt der berühmte Limonadenhersteller und unverbesserlicher Optimist Benny Badbreath von Zitronenbaum erschlagen. Hey, da wächst sogar ein kleiner Zitronenbaum aus dem Grab. Oh, haben wir eine Zitrone gekriegt? Nice! Eine saftige Zitrone vom Grab des Limonadenherstellers und unverbesserlichen Optimisten Benny Badbreath. Ist das der Benny, der ich denke, der es ist? Also, Monkey Island? Hier liegt Star-Pianist Antonio Leiter-Rendi. Nein! Wow, beeindruckender Grabstein. Definitiv. Ein altes, heruntergekommenes Holzkreuz. Der Name darauf ist schon gar nicht mehr zu lesen. Schade. Ich dachte, du verbrichst immer so schnell. Weißt, aber sowas weißt du. Ich hab keinen Dunst. Oh, ich glaub, der hieß Benny. Nebel. Sternstaubkind, Herr Lüchen. Das da hinten muss der nautische Nebel sein, von dem Avery gesprochen hat. Wir brauchen dieses Irrlicht, um da drinnen nicht die Orientierung zu verlieren. Hier liegt Magenbritter. Begraben mit dem, was ihr am liebsten war. Hier liegt Begraben mit dem, was ihr am liebsten war. Hier liegt Begraben mit dem, was ihr am liebsten war. Okay. Merken wir uns? Magenbritter, merken wir uns bitte. Was ist denn das hier? Ich kann hier mit nichts machen. Na gut. Aber wir haben hier Zitrone. Zitrone ist schon mal, äh, ne? Wo, oder? Bei denen hier war's der Männerschnupfen. Und der da drüben hat einen gruseligen Kettenbrief nicht weitergeleitet. Tja, klarer Fall von Selbstschuld. Ganz klarer Fall von Selbstschuld. Fällenausstattung, Fingerhut, Magenbritter. Nom, nom. So, warte, dann. Männerschnupfen. Männerschnupfen, ja, fühle ich. Hab heute mein Testament, äh, mein Testament geschrieben. Gänne ich, ganz gefährlich. Einfach so bekommen, ohne vorher etwas Eis von einem verfluchten Eisberg mit einer Piratenhakenhand abzuschlagen, ist in einen Vulkan auf der Menschenmesserinsel zu schmelzen und dann von einem komischen Kauz verzauern zu lassen, damit eine Zitrone schnell wächst. Ja, einfach so hat das. Zack, war sie da. Warte, jetzt müssen wir mal kurz, äh, gucken. Nee, hier, da. Zitrone, Tequila, Brause, Pulver, Zitrone. Damit kriegen wir Risikobereiter. Ah, ha, 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 der Risky on the Rocks. Tequila, Brause, Pulver, Zitrone. Alles klar. Alles klar. Guten Tag. Juhu. Ich brauche Saltlix Mini Tequila. Außerdem brauche ich eine neue Brause. Und natürlich eine Zitrone. Abmarsch. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe es gerade auch gemerkt. Risky on the Docks. Natürlich. 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 Moment, können wir, können wir, können wir, können wir, ich meine, Segel setzen, Malta? Also wir können, äh, auch woanders hin. Avery, Avery, der Plan, Irrlicht. Oh ja, warte hier. Da ist so eine Frau im McAnally Hotel, die ein Ticket nach Attilantes hat. Worauf wartest du? Schnapp dir das Ticket. Aber wie? Das ist ja zum Verrückt werden. Lass dir was einfallen. Ich denke, ich könnte es beim Kraken fordern gewinnen. Mhm. Aber die Frau ist einfach zu verkrampft. Ah. Wenn ich sie doch nur irgendwie... Hör auf laut zu denken! Besorg einfach das Ticket. Okay. Ich gehe dann mal weitermachen. In Ordnung. Okay. Ist gut. Es ist okay. Ich mache ja Avery. Er ist so hilfreich. Er ist so unfassbar hilfreich. Du? Ein Risky on the Dogs. Cocktail hat einen neuen Drink gezaubert. Dieser Cocktail soll die eigene Risikobereitschaft fördern. Hm. Wem könnte ich das Zeug andrehen? Schon den brandneuen McAnally Cocktail probiert? Davon steht hier nichts im Reiseführer. Der ist ja auch neu. Deswegen heißt er ja auch der brandneue McAnally Cocktail. Oh, wow. Lass mich mal probieren. Gönnir. Die Augen. Die Augen einfach. Na? Jetzt Lust auf ein Spielchen? Oh, das klingt aufregend. Was ist der Einsatz? Äh. Diese wunderbaren Angelköder? Die habe ich selbst. Die bekommt doch jeder hier bei der Ankunft auf McAnally Palms. Diese einzigartige Briefmarke? Ich sammle keine Briefmarken mehr. Viel zu langweilig. Ich überlege mir noch was. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Kann's kaum erwarten? Huuuuhu. Können wir das hier irgendwie zusammenschmieren? Ich kann nicht Dinge im Inventar miteinander irgendwie, ne? Das geht nicht, oder? Esa, Fosi, schon guten Abend. Hey, Ulic. Hey, Känzler. Hm. Willkommen im Mecken... Ja, gerne. Ha! Wir sind Restos ausgebucht. Warum fragst du denn so blöd? Der Pian... Na, was ist denn? Sam is the best. Er wurde auf dem Friedhof hinter dem Hotel begraben. Sein Grabstein allein ist schon die Reise. Ja. Wie komm ich hier wieder raus? Wo sind es Bänden hin? Was ist das? Die Demekra... Ah, seit... Na, die... Entschuldigung. Äh, äh... Kommen wir aus dem Gespräch mit dir nicht mehr raus? Hab ich's kaputt gemacht? Hey, Berry, Lala. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Ach, dat schon wieder. Ich und du keine... Ach, da ist es. Gott. Ähm... Ja, es kann sein, wir brauchen die Leuchtepilze. Es ist halt die Frage, können wir da hinfahren ohne... Ja, wir müssen auch mal gucken. Wir schauen mal. Ähm... CheckLogic! Vielen, vielen lieben Dank für den Recep. Danke für den zweiten Monat. Deine Gummizelle hat sich vergrößert. Du hast nur Platz schiebt in den entspannten Sitz gelegen. Er hat in die Gummizelle machst du darauf gemütlich. Dankeschön. Ähm... Warte. So. Äh... Siegelsetzen, Malte! Siegelsetzen, Malte! Da will ich hin. Uh. Hm. Aha, 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 aha. Ja, Mensch, schau mal an. Die Korken werden mir wohl, äh, helfen. Aber erst mal... Angeln. Ja, ein kleiner grüner Fisch. Ja, hi. 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 Was kriegen wir mit der blauen Angelschnur? Oh, ne Flaschenpost. Info. Das ist natürlich nett, dass sie das hinschreiben. Diese Flaschenpost ist nicht relevant für die Story oder Rätsel des Spiels und wurde von einem Crowdfunding-Unterstützer verfasst. Und das ist schön, wenn er das hinschreibt. Weil wenn man das natürlich nicht weiß, das ist mega fies. Also da denkst du dir dann ja vielleicht, hm, schwierig. SOS. Woke up this morning. Don't believe what I saw. Million bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone in feeling alone. 100 million castaways. Looking for a home. Police officer Mariah. Ach, schön. Guten Abend, Ragnar. Hallöchen. Ach, schön. Das sind alle hier, oder? Wobei, nein, das ist ja derselbe. Bin ich jetzt immer denselben? Nimm mit derselben Angelschnur an derselben Stelle die gleiche Flaschenpost sozusagen? Das ergibt irgendwie Sinn. Ja. Alles klar. I get it. Vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Hey, lass mich einfach angeln. Achso. Einfach nur angeln. Anjin wäre ein bisschen krass, ja. Das stimmt wohl. Das wäre es. Okay. Können wir denn... Rot... Und kleiner Fisch. Da ist wieder der mittelgroße, rötliche Fisch. Wie war das? Der war mit grün dann, ne? Wieder dieser eine Schuh. Egal, gelber Fisch. Also das habe ich inzwischen schon drauf, ne? Bis zum gelben Fisch. Aber dann hört es halt auf. Ah, ist das schwierig. Ich hole nochmal so einen roten. Ich finde, jede Flasche 25 Cent Pfand gibt bei dem Speed. Lohnt sich das? Hä, wieso habe ich jetzt einen dicken gelben Fisch gekriegt? Ach, komplett grün gibt einen dicken gelben Fisch? Rotgrün gibt... Was? Was gibt denn den Rot-Blau? Äh, Quatsch, blau. Ich meine... Hä? Oh, wait. Words of wisdom. I think that I am wiser by this very small bit. I don't pretend to know what I don't know. So, gratis. Oh, Fransi Friede. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Ist es Franzi oder Fransi? Das ist so unterschiedlich. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Ja, natürlich, ich konnte nicht, ich kann ja nicht. Also, es war ja schon in Anführungsstrichen schlimm genug, dass ich gestern nicht, dass ich gestern einen Faulenzerabend gemacht habe. Ansonsten hätte ich gestern schon Clio gespielt. Damn, du spielst ja auf Englisch. Nein, 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 spiele ich nicht. Das ist die Flaschenpost. Die Flaschenpost von den Kickstarter-Unterstützern ist ja je nachdem, in welcher Sprache die die verpasst haben. Nein, nein, ich spiele auf Deutsch. Sonnerplay, Hallöchen. Ja, ja, sie werden dich als Clio hören. Keine, keine Sorge. Deine Sorge, werden sie. Retro-Eggie, bye-bye. Kein, äh, Franzi, alles klar. Gut. Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Vielleicht. Ähm, aber ich möchte doch nur noch ein paar Fische. Sehr gut. Isst du auch? Nur deswegen bin ich hier. Was? Wenn ich was esse? What? Ab und an esse ich Dinge, ja. Aber jetzt gerade nicht. Okay. Ab und an den Cover. Ich habe ein Bavaria. Danke für den Follower. Du, ähm. Aber ich habe gerade mit... Das ist natürlich auch krass, ne? Ich habe gerade sozusagen mit... Mit Blau und Grün... ...ne Flaschenpost geholt. Das ist ja dann wirklich krass. Ach, du hast gerade Onstream gegessen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Das nennt sich Social Eating. Wenn man sonst nichts nebenbei macht. Hey, Hüfte. Kann man machen. Kann man durchaus tun. Keine Hüfte, Herr Grau, ich danke für den Follower. Und Xander Place, danke auch für deinen Follower. Dankeschön. Das kann man... Das ist vollkommen legitim. Ja, das ist absolut in Ordnung. So, wir holen mal noch ein paar von den Rotfischen. Wir müssen ja hier noch ein bisschen rumprobieren. Hey, Kuschelkett. Ähm. Ich brauche drei rote Fische, um mit den... ...mit den roten Fischen rumprobieren zu können. Schönen guten Abend, Gimgork. Und dann brauchen wir die roten Fische, um an die gelben Fische ranzukommen. Das heißt, wir brauchen noch mehr grüne Fische, um an rote Fische ranzukommen. Oh Gott, das ist so schlimm. Freut mich, dass du dich schön findest, Äfte. Und dass er dafür Gewöhnungszeit braucht, das war mir klar. Das ist der Grund, warum es ein paar der alten Emotes noch als Follower-Emotes gibt. Ich kenne das. Ja. Im Alter ist es schwieriger, sich umzugewöhnen, Äfte. Xander Place, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Äfte hat Level-Up. Äfte alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Äh, so, ach ja, wir müssen jetzt hier nicht ahnen, wie mäßig... Ja, ich weiß, ich kann da... Auf dem Schild steht in sehr, sehr kleiner Schrift, bitte nicht zu nah herantreten. Diese Leuchtpilze sind sehr scheu und ziehen sich sofort zurück, sobald sie sich bedrängt fühlen. Jeder dieser seltenen Pilze ist unterirdisch mit einem entsprechenden Zufluchtsort verbunden. Interessant. Interessant. Die sind ja jetzt aber alle weg. Jetzt habe ich das hier zugekorkt. Ja? Warte, Entschuldigung, ich gebe jetzt zu. Warte. Ja? Ja. Ja. Okay, und wo der jeweilige Zufluchtsort ist, das müssen wir jetzt rausfinden, oder was? Alles klar, ich will noch... Ach, es tut mir leid, ich kann nicht... Ich muss... Ja. Kann nicht anders. Ähm... Roderfisch. Rote Schnur. Roderfisch, rote Schnur. Liebchen sich wie eh und je. Gibt einen klischeehaften Stiefel. Fantastisch. Roderfisch, blaue Schnur. Gibt einen Stiefel. Geil. Genial. Bin ich perfekt. Äh... Grüne Schnur. Roderfisch. Gibt den gelben Fisch, ne? Jo. Ja. Gut. Ähm... Oder so. Wie viele gelbe Fische habe ich gerade? Drei. Sehr gut. Äh... Gelber Fisch, rolle Schnur. Macht Spaß. Wie sie den blöden Stiefel immer wieder reinschmeißt. Es macht mich wahnsinnig. Können wir den nicht einfach behalten? Ähm... Vielleicht gibt es irgendwo einen Stiefel-Einkäufer. Nein? Okay. 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 Gut. Dann, äh... Geh ich mal. Hä? Ach so. Ach so. Sag mal. Erzähl uns eventuell... Nee. Everywhere erzählt uns nichts über die jeweiligen kleinen Inseln. In Ordnung. Was wirst du mit tauschen Stiefeln? Durchnässt. Halb verrottet und stinkig. Weiß ich nicht. Gibt doch für alles einen Sammler. Zegel setzen, Malte. Mögen wir reden jetzt. Bis man weiß, nach was man angeln soll. Das kann natürlich sein, ja. Das ist denkbar. Tja. Einer von euch kommt jetzt nicht weg. Hehehe. Scheiße, ne? Ah, ist ganz schön kacke. Leuchtpilze. Eine Handvoll Leuchtpilze erfuhren die Leuchtpilzinseln. Sie waren echt schwer anzupflücken. Ja. Total schwer. Da. Angeln. Vielleicht macht uns Bones aus den Stiefeln eine Mütze. Vielleicht. Oh, eine Flaschenpost. Materialien werden knapp. Unser Segelschiff ist gesunken. Wir sind zu acht auf einer Insel gestrandet. Bitte schickt mehr Spiele. Wir haben alles durchgespielt. Langsam wird die Stimmung angespannt. Die Gruppe um Purpur fängt an, über das Mäutern zu reden. Der Bär. Mal gut. Ach. Ach. Ach, schön. Sehr gut. Ein kleiner grüner Fisch. Weiß man, wie viele Flaschenposts es gibt? Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. 64? Ernsthaft? Oh, holy. Es sollen 64 sein, sind aber 65. Uff. Das ist natürlich, äh... Delfin, darf ich mal fragen, wie lange du gebraucht hast, um alle 65 zu finden? Knapp zwei Stunden. Mit oder ohne Anleitung? Ohne. Okay, krass. Krass. Guten Abend, Schießung. Natürlich. Ein Stiefel. Ein Stiefel. Nein. Nein. Yippie. Courage. Danke für das Zwangsverflauschen von Shisoum. Shisoum ist damit im dritten Monat im Kokon bekommt Licht für die Gummizelle. Muss eigentlich noch ein bisschen auf den Lichtschalter warten, bis dahin das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Anleitung habe ich mir selbst geschrieben. Okay. Recht einfach vorgehen, wenn man sich mal die Map anschaut. Ja. Ja, ja. Ich weiß. Man kann ja auf offener... Ich habe das schon gesehen auf der Map. Dass man höchstwahrscheinlich also auf hoher See dann einfach die Kästchen, die Quadranten durchgeht sozusagen. Also, ne? Aber selbst dann, wir hatten das ja gerade, dass irgendwie beim roten Fisch mit irgendeiner Schnur dann was kam. Das dann schon, ne? Also, weißt du, was ich meine? Das LED-Lampen, sonst verbrennt man sich ja die Finger. Natürlich nicht das LED-Lampen. Ich achte ja auf die Gesundheit der Flauschrauben im Gokon, klar. Also, das ist natürlich dann schon krass, ne? Aber ich will die schon alle lesen. Stefan, schon immer! Genau, ne? Also, im Prinzip machst du ja hier einmal durch das komplette Ding. Und das heißt, da hin. Und hier dann irgendwie, genau, angeln. Zack. Keine Flaschenbrust. Getrie heil Silber. Heil? Ich fall dir jetzt schief, meinst frei. Voll gut. Hey Björn. Flaschenbrust. Old Pirate Wisdom. The monkey doesn't fall far from the tree. Nice. Sehr gut. Nächstes Mal dabei probieren, muss man halt in jedem Kästchen alle drei Farben mit Wurm und grünem Fisch probieren. Fairerweise braucht man keine höheren Fische. Oh, das ist natürlich nice. Okay, das ist, ja gut. Das ist dann natürlich einigermaßen fair. Stimmt. Immerhin. Zack. So, you want to be a pirate. Finally, I found a treasure of Big Whoop. It wasn't fantastic, like Dave told us. Don't make the trip. It's not worth it. Guybrush, Freepwood. Mighty pirate. Es ist voll super. Äh, Anna? Die man zu, äh, die man dir zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen sollte, was das angeht. Songs of the Stranded. No bottles of beer on the wall. No bottles of beer. Can't take one down, nor pass it around. Still no bottles of beer on the wall. Ich, ich bin so frei. Ja, ich, äh, ich mein. Es ist klar. Please, get me off this damn island! Ah. Das ist schön. Sing it? Nein. Das wird nicht passieren. Hier. An den Brats. Das, äh, wird nicht passieren. Nein, nein. Ah, ah. Ach so, ja, stimmt. Das sollte ich mir vielleicht auch mal merken, dass, äh, ähm, das beim Angeln blau mit... Wie ist er eigentlich blau mit dem? Hm. Sieht woher anders? Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Oh, hm, 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 hm. Nun gut. Ähm. Ähm. Warte. Malte. Malte. Also ich kann ja... Warte mal, wie machen wir denn das? Hm. Ich will die nicht alle abfahren. Das ist halt echt, also das ist halt, das ist halt krass. Das ist dann, das ist ja wirklich Strecken des, äh, des Let's Mees. Aber ich schreibe es mir zumindest mal auf. Also wir waren ja auf jeden Fall, wir haben natürlich bei der Insel auf jeden Fall geangelt, also bei beiden Inseln. Tatsächlich. Oder bei allen dreien Inseln, auf denen wir bisher waren. Und A1. Ich, ich, ich notiere es mir zumindest mal. Vielleicht mache ich das auch dann einfach privat. Aber mal gucken. Das, vielleicht kann man das ja immer mal, so alle paar, weiß ich nicht, äh, Stücke einbauen oder so. Mal gucken. So, wir haben, äh, auf jeden Fall den Leuchtepilz. Äh. Ja, ja, ich weiß, Joker. Ich, I know, das ist mir schon klar. Ja. Ja. So, warte. Wir haben den Leuchtepilz. Den. Äh. So, warte, ich will speichern. Auf jeden Fall. Äh, mir egal. Na, jetzt Lust auf ein Spielchen? Was ist der Einsatz? Wie wäre es mit einem Leuchtpilz? Ein Leuchtpilz? Von den Leuchtpilzinseln? Gut kombiniert. So ist es. Hm. Das wäre echt das perfekte Souvenir für meine Reise. Ja. Einverstanden. Alles klar. Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Ticket nach Attilantis. Oh, was für ein Einsatz. Ganz schön riskant. Das gefällt mir. Kann's losgehen? Hm. Und ab. Und ab. Lass uns loslegen. Okay. Es geht los. Sie schlacht. Oh, sie hat zwei. Sie hat zwei Würfel genommen. Aber die cheatet doch. Hex. Hex. So. Scheid. Ich hätte gar nichts machen sollen. Geht mir gerade so durch den Kopf. Ich hätte nicht mal eine Kugel riskiert, aber ist egal. Äh. Die Hexe. Ja. Feuer. Na klar, Feuer. Mach platt. Entweder echt schlecht oder das Spiel schummelt. Okay. Ähm. Der Kraken. Ja, alles klar. Da machen wir gar nichts. So. Jetzt die Frage, was machen wir? Achso. Ja. Mhm. Kraken. Läuft. Der hat eine Kugel genommen, ne? Die schummelt doch. Die schummelt halt. Die schummelt. Ich bin mir sicher, die schummelt. Tut sie nicht. Doch, die schummelt. Mhm. 100 pro schummelt die. Beim Würfeln schummelt die voll. Ich raupe den Trollkopf. Siehst du, hat instant funktioniert. Hättest du das nicht mal früher machen können? Was ist denn mit dir? Siehst du? Ja? Kommst du mir jetzt erst mit an, ja? Ich hab schon wieder den Kraken befreit. So. Hier. Was kommt denn der Trollkopf immer so spät erst? Was soll denn das? Wow. Das war ein Nervenkitzel, was? So viel Spaß hatte ich schon ewig nicht mehr. Schön, dass du Spaß hattest. Und jetzt? Her mit dem Ticket. Was? Das Ticket? Ach ja. Hier. Oh. Erbarmungslos. Praise the Trollkopf. Joker, würdest du bitte Atlas den Trollkopf jetzt zur Verfügung stellen? Ja. Hier hast du ihn zurück. Ich sehe, bin ich einfach nur schlecht. Nee, es ist auch eine... Das ist eine Glücksfrage, Atlas. Das ist so sehr auch Glück. Es ist ja jedes Mal beim Würfeln ist es ja eine Glückssache. Ja. Auch bei... In welcher Reihenfolge kommen die Karten und so. Das ist einfach... Nice. Ticket für Attilantis. 24 Stunden Ticket für die atemberaubende Ausstellung von Attilantis. 16, 52. 52. Oh, okay. Können wir ihr vielleicht trotzdem die Leuchtpilze geben? Nein, das ist natürlich ein bisschen gemein. Naja, gut. Warte. Das ist der große... Der Hebel lässt sich nicht bewegen. Da steht, man muss erst diese Schraube lösen, um den Spiegel zu verstellen. Aber die sitzt ganz schön fest. Das sollte helfen, die Schraube zu lösen. Perfekt. Aber mit der bloßen Hand kann ich die Schraube trotzdem nicht lösen. Eine Zange würde helfen. Eine Zange. Wir haben noch keine Zange. Wir finden bestimmt noch eine Zange. Gut. Eine Zange. Alles klar. Flatsch. Eine Zange. Irgendwann finden wir eine Zange. Ich bin sicher. Gut. Aber jetzt haben wir das Ticket nach Attilantis. Segel setzen, Malte. Segel setzen, Malte. So. Nicht gut. Ich meine, es ist nur ein Minispiele. Aber es ist halt echt gut. Ja. Ist es. Doch, doch. Hab ich. Na klar hab ich das gehört. Joker. So, warte. Wir fahren aber vorher noch einmal nach B1. B1. Muss ja hier mal ein bisschen, ne? Nebenbei. Ab und an. B1. Versenkt. Eine Flaschenpost. Friday. Äh. Freitag. Der. Was? 9. Juni. Ja. 3. 3. 3. 3. Ich hab das nicht. Born in the Fields of Bones. To bring fear and darkness to the world of Norrath. Hail the faceless god of fear. Hail. Das ich. Tool. So, jetzt werden natürlich im Chat direkt alle. Äh. Raub und Busse oder Wissen. Ja. So. Hey, Patti. Darf ich einen Wunsch äußern? Ja, klar. Gerne. Speichert er die schon gefundenen ab? Nee. Ähm. Die sind an ganz bestimmten Stellen. Greenhawk. Deswegen muss da nichts abgespeichert werden. Okay. Weißt du? Ist Everquest? Die zwei grüne Schnur, grüner Fisch. Okay. 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 Genau. Aus dem Buch. Ihr wisst schon. Okay. Immerhin scheine ich da zumindest nicht allein zu sein, um, äh, ne? Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Vermutlich, sobald ich weiß, wonach ich suche, kommt auch diese Nachricht nicht mehr, oder? Dass wir nicht wissen, wonach wir suchen. Höchstwahrscheinlich. Ich brauche erstmal wieder einen grünen Fisch. Verdammt. Und was kam der grüne Fisch? Mit der grünen Schnur? Mit der blauen Schnur? Ich weiß es da nicht. Ich merke mir das nicht. Den Spruch bringt sie denn nicht mehr. Äh. Okay, die grüne Schnur. Auch noch einen, komm. Dann ist das Feld zumindest abgeschlossen. Danke. 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 Äh. So. Grün, grün. Schade. Äh. Ragnospeed. Danke für den Follow. Dankeschön. Gut. Weiter. Dann machen wir eben D2 grün-grün. D2. D2. Heißt erstmal grüne Fische fangen. Und natürlich jetzt hier meine Reihenfolge total durcheinander. Das geht also nicht. Eine Flaschenpost. Message. Äh. If you be reading this, it be meaning I've lost me and my ship to Davy Jones' locker. Or I be needing some help, matey. What be you waiting for? Ja. 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 Hey, Jeffro. Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Wieso kriege ich hier jetzt keinen grünen Fisch? Hier kriege ich den wieder mit einer anderen Schnur. Oder was, den grünen Fisch? Das ist halt auch immer so ein bisschen... Ja. Das ist ein bisschen irritierend. Tatsächlich. Äh. So. Warte. Erstmal. Drei grüne Fische. Screenshot von der Karte gemacht. Da habe ich die Kommis für die Flaschenpost reingeschrieben. Hm. Naja, wenn es sowieso bloß mit der... Also entweder ohne Schnur oder halt mit grünem Fisch. Das geht es ja eigentlich. Finde ich. Na was nu? Wann ach genau suchst du denn? Ähm, nee, momentan mache ich das gerade im Auftrag von Delphine quasi. Erin Lanier. Vielen, vielen lieben Dank für den Recept. Dankeschön für 23 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenen Support. Du bekommst eine vergrößerte Gummizelle um 40 kleine, süße Zentimeter, wo eine Computer-Ecke genau reinpasst. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich weiß bloß jetzt nicht, haben wir hier jetzt blau und grün schon genutzt gehabt? Ja, ne? Habe ich, oder? Ich habe es nochmal schon wieder vergessen. Kann das sein? Auftragsarbeiten im Stream. Naja, Delphine hat halt gesagt, also ich soll mal... Ich soll da mal gucken. Und dann mache ich das so. I mean, why not? Das war der, ne? Genau, den haben wir. Macht Spaß. Ja, ja, ja. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Ja. Oh. Äh, ich soll... Grün grünen. Jetzt. Flaschenpost, die Delfin empfiehlt. Na, der Kokong. Liebe Grüße an den Flauschrauben, Kokong. Oh. Grüße zurück. Danke, Delfin. Nice one. Oh. Brauche ich eine Whitelist? Nein, brauchst du nicht, Rava. Mm-mm. Im Discord. Äh, entweder Joker... Einfach Joker nach den Zugangsarten fragen. Easy going. Oh, danke dafür, Delfin. Das freut mich wirklich. Das ist voll schön. Freut sich der Kokong. Morgen, Groundhorn. So. Äh, Atilantis. Äh. Äh. Hör mal, geht unser Schiff immer... Kann es sein, dass die Versuch 38 irgendwie... Oder war der Riss hier vorher schon? Das Gefühl, die geht kaputt. Also kaputter, als sie so schon ist. Da steht, herzlich willkommen in Atilantis. Krass. Bitte Ticket hier entwerten. Krasser Shit. Raubes Posten. Herzlich willkommen in Atilantis. Der versunkenen Galerie äußerst seltener Gegenstände. Noch nie im Leben zuvor hast du eine solche Zusammenstellung von Seltenheit in einem Raum gesehen. Noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem den Atem. Und los geht's. Wieso muss ich bei der Stimme irgendwie an Aladdin denken? Ganz merkwürdig. Bei der Stimme muss ich irgendwie an Aladdin denken. Wooooooohhhhhh. Guck da. Sehr gut erhaltene Mumia aus den Pyramiden von Gregor. Kille, Kille. Hohohoho. Kille, Kille, Kille. Hohohoho. Kille, Kille, Kille. Huch. Ich war das nicht. War da ins Flaschengeist? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich, ich, wie gesagt, an den, na, an den, an den Disney-Aladdin, Disney-Aladdin-Film, Dings. In den Flaschengeist, oder? Das kann sein. Das auf jeden Fall erinnert mich einfach die Stimme. Ich muss, ich weiß nicht wieso, ich muss an Aladdin denken. Raubbe, die Mumie entwertet, es scheint zu. Ich war das nicht. Dünnes Papier, ich schwöre. Dieses dünne Stück Papier ist von der Mumie einfach so abgefallen. Ich hab sie kaum berührt. Ja, das ist nicht. Linkes Ohr von Künstler Bielwig Strömqvist Fjablunzon. Besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ed. Es gibt noch ein weiteres, ähnliches Exemplar in einem anderen Museum. Lass mich raten. Rechtes Ohr? Oh, du bist mit Fjablunsons Arbeiten vertraut. Ich bin beeindruckt. Krass, Mann. Da guckst du halt, Mann. Da guckst du aber, du. Auf dem Schild steht, die Sturm und Drang, Frau Acht. Trotz stärkstem Stuhl und Seegang. Diese Bootstoilette ist handgetöpfelt. Und es gibt sie nur achtmal weltweit. Krasser Shit. Teddy McAnallys originales Kraken vor der Set. Ein Schmuckstück, oder? Ja, ziemlich krass, dass er einen tauschen kann gegen meins einfach. Ich meine... Ach, der Chat direkt wieder voll mit... Ach. Was ist das hier für eine Tüte? Oh, darauf bin ich besonders stolz. Das ist ein Superhertütchen von einem Möbelhersteller, in dem die exakt richtige Anzahl an Schrauben enthalten ist. Nee. Sehr, sehr selten. Erzähl doch nicht, das nimmt dir da keiner ab. Nee. Niemals. Das glaube ich nicht. Mm-mm. Mm-mm. Das schon nicht. Dürfte ich da mal nachzählen, bitte? Halt echt auch sagen, wenn ihr die Vertunung hier hört, fragt man sich halt schon, warum die Triple A manchmal so schlecht ist. Ja. Ja, offensichtlich mit ein bisschen Liebe zur eigenen Arbeit. Ja. Tue ich aus. Geht das. Ganz offensichtlich. Mm-mm. In der Tüte sollten aber bestimmt eigentlich Nägel sein. Denkbar, Kim Gorg. Boots zu Lettenstream nicht kennen, kommt der Witze nicht so an. Nun. Schwarzstich. Das ist das Irrlicht. Das ist das Irrlicht. Avery hatte wirklich recht. Jetzt muss ich diesen Kerl nur irgendwie dazu bringen, es mir zu geben. Okay. Goldener Regenmantel. Ein goldener Regenmantel. Geschneidert von der exzentrischen Schneiderin Ilnes Kenway. Der Mantel ist einer von zwölf aus der Kollektion Mental Illness. Hey, da hängt ja ein loser Faden dran. Mental Illness. Ja, der Michel. Absolut. Also absolut empfehlenswert. Wir haben damals, also das Spiel hatte eine Kickstarter-Kampagne. Eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Ist vom Chris. Das ist ein Solo-Dev für Einzelentwickler aus Deutschland. Und der, ja, damals als die Kickstarter-Kampagne lief, haben wir die Demo im Stream gezockt. Und das alle für absolut grandios empfunden. Und, ja, jetzt hat es sogar, Gott sei Dank, durch die Kickstarter auch eine Synchro bekommen. Eine, wie ich finde, sehr gute. Die dem Spiel auch richtig, richtig viel gibt. Und, ja, absolut empfehlenswert. Absolut unterstützenswert. Ja. Ähm, ja. Wortswitzeleien killen mich. Ja. So gut. Und es gibt auch so viele Anspielungen, ne, und, und, also, äh, ne, auf ältere Spiele, auf, äh, Monkey Island ganz so viel. Und so, und Day of Tentacle. Generell die LucasArts Games halt. Ja. Wirklich, wirklich absolut empfehlenswert. Die, äh, äh, Franzi Friede im Chat gerade übrigens ist, äh, die Stimme von Clio. Ja? Hier. Von uns. Ja? Hier. Ein Clio. Original-Ukulele der legendären Metal-Band Nackenschmürz. Nackenschmürz. Die Ukulele-Metal-Band Nackenschmürz. Hier steht, bald Neueröffnung. Selten gutes Restaurant. Ein gutes Stück nördlich von hier. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ich denke nicht so. Wir müssen auf jeden Fall mit Attila sprechen. Attila, ich brauche das ehrlich. Ich habe eine Frage. Du sammelst nur seltene Gegenstände? So ist es. Ich habe diese Sammlung von meinem Vater übernommen. Und der hat sie von seinem Vater übernommen. Und so weiter. Ich bin verrückt nach Seltenheit. Je seltener, desto besser. Blutgruppe RH0. Keine Schlange am 3-Meter-Brett. Crowdfunding-Kampagnen, die ihren Zeitplan einhalten. Oh, da bin ich Gänsehaut. Wuhu. Sowas gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das schwachsame Crowdfunding-Kampagnen, die ihren Zeitplan einhalten. Also jetzt hör mal auf. Sowas muss man gespielt haben. Stil 1 ist ja schon genial. Was für einen alten LucasArts-Games. Ja, genau. Ganz genau das. Michi. Ja, ich würde es gerne so sagen hier. Ich leih mir mal kurz das Irrlicht dahinter mir in Ordnung. Ha, ha, ha. Guter Quiz. Selten so gelacht. Dieses Irrlicht ist viel zu wertvoll und zerbrechlich, um es einfach zu verleihen. Davon gibt es nur sieben Stück. Weltweit. Okay, verstehe. Dann nur ganz, ganz kurz, okay? Nein, ich würde es dir niemals geben. Mit einer Ausnahme. Und die wäre? Ich würde es tauschen. Gegen was? Denk doch mal nach. Na, gegen etwas, das noch seltener ist. Wie viele Irrlichter gibt es nochmal? Insgesamt sieben. Bring mir etwas, das noch seltener ist und wir können tauschen. Was hältst du von dieser sehr seltenen Briefmarke? Diese Marken sind nicht so selten, wie du vielleicht denkst. Auf keinen Fall seltener als ein Irrlicht. Ach, schon gut. Okay, wir brauchen also etwas, das seltener ist. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Ja, da klingelt was. Könnte ziemlich wertvoll sein. Aber Gold habe ich wahrlich genug. Das sieht man. Ich interessiere mich nur für seltene Gegenstände. Ich verrate dir mal was. Die wahren Schätze bestehen niemals aus Goldmünzen. Können wir mal nachgucken, wer Artela gesprochen hat? Ach, wirklich, warte mal. Wir hatten doch, war nicht letztens ein Bild von allen Sprechern von Clio irgendwo im Discord, dachte ich? In welchem Channel war denn das? Dann bin ich das irgendwo im General. Da finde ich das doch nie. Wie müsste es gewesen sein? Nee, bei Pix war ich gerade. Bei Pix habe ich geguckt, da war es nicht. Könnte bei Random Games oder so gewesen sein. Synchro-Stumm von Clio. Ja, da, Papadis hatte das geteilt. Wer hat denn Attela gesprochen? Attela. Komm sehen. Attela. Mark Takeshi Ota. Coffee Run, Mad Lord und The Watcher. Aus irgendeinem Grund muss ich wirklich, wenn ich die Stimme höre, muss ich so sehr an Disneys Aladin denken. Das ist irgendwie ganz krass. Ist das richtig krass? Für mich halt, woher das kommt, ne? Ich hätte ja jetzt fast erwartet, der hat da irgendwie mitgesprochen, aber... Offensichtlich nicht. Also zumindest bin ich jetzt auf Anhieb da nicht irgendwie in Bezug zu. Krass. Tja, so ist es manchmal. So, hier. Ja, gut. Warte, zurück zu hier. Schon mal was von Teddy McAnally gehört? Natürlich. Der Mann war eine Legende. Dort hinten steht das originale Kraken-Vodder-Set von McAnally persönlich. Hab ich gesehen. Mein Urgroßvater hat es in die Sammlung gebracht. Krass. Keine Ahnung, wie der alte Haudegen damals da rangekommen ist. Muss ihn ein Vermögen gekostet haben. Okay, zu dem... Ich bin dann mal wieder... Wir brauchen was Selteneres. Denk dran, dein Ticket ist 24 Stunden gültig. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ich hab hier generell für alles nur 24 Stunden Zeit. Mir ist das schon aufgefallen. Das Urlicht. Ich habe das Urlicht gefunden. Es steht in dieser versunkenen Galerie, von der Avery mir erzählt hat. Der Besitzer, Attila, würde mir das Urlicht überlassen, wenn ich etwas noch Selteneres zum Tausch auftreiben könnte. Es gibt nur sieben Urlichter weltweit. Wo soll ich etwas so Seltenes herbekommen? In geangelten Stiefel? Gut, die Idee. Seltenes herbekommen. Ah. Abend, Griesu. Meinst du, Läwele? Selten. Also wie zum Beispiel ein Kuchenstück, das länger als zwölf Stunden im Hause Raupe ungegessen bleibt. Ne, ne, ne. Jetzt wird es aber... Es ist albern. Also ich meine... Leute. Können wir ja auch gleich die Bundeslade suchen hier. So, wir können hier bestimmt nicht angeln. Hier können wir tatsächlich nicht angeln. Krass. Ähm, was haben wir denn jetzt? Wir haben ein dünnes Papier. Große Faden hingen an den goldenen Regenmantel in Atlantis. Hm. Seltenes Raubes-Aim. Ey. Ihr habt das Irrlicht gefunden. Ich hab das Irrlicht gefunden. Es ist in dieser Ausstellung, wie du gesagt hast. Wir brauchen dieses Irrlicht. Um jeden Preis. Ich könnte es eintauschen. Gegen etwas, das noch seltener ist als ein Irrlicht. Hast du eine Idee, wo wir etwas so Seltenes herbekommen? An deiner Stelle würde ich mich in dieser versunkenen Galerie gut umsehen. Diese Sammler sind verrückt nach Seltenheit und denken an nichts anderes. Vielleicht findest du einen Hinweis, wo wir etwas so Seltenes bekommen könnten. In Ordnung. Die Notiz also, ja? Ich gehe dann mal weitermachen. In Ordnung. Aber da mein Hirn. Ne? Willkommen! Seltene Gegenstände! Noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem den Atem! Und los geht's! Wahnsinn! Warte! Hier ist bald Neueröffnung. Selten gut... Ein gutes Stück nördlich von hier. Okay. Ein gutes Stück nördlich von hier. Okay. Okay. Segel setzen, Malte. Wir sind hier. Dann probieren wir doch C1. Seltsam. Dieser Ort stand gar nicht auf der Karte. Eine unbekannte Insel. Ich habe eine seltsame Insel gefunden, die nicht auf der Karte eingezeichnet ist, die Ingo mir gegeben hat. Sie liegt ein gutes Stück nördlich von Atilantis. Na, schau einer an. C1 sage ich damit schon mal hier auf meiner Liste, weil, ne? Sushi. Madness. Ich muss bei diesem Logo ein bisschen an Kannibalen denken. Ich weiß nicht, wie das kommt. Entschuldige bitte, das Restaurant ist noch nicht eröffnet. Stimmt. Führst du diesen Sushi-Laden? Ich habe an was anderes gedacht. Ich führe das Sushi-Madness nicht. Das Sushi-Madness führt mich. Hat das Wasabi hier einen eigenen Stuhl bei der Vorstandsversammlung oder war das metaphorisch gemeint? Okay. Metaphorisch. Schon klar. Du bist doch jung, Mädchen. Du verstehst es irgendwann. Na klar. Nicht Aladin. Nein, nicht Aladin. Wir machen mal eine kurze Pause. Der Mann geht nämlich jetzt langsam ins Bett. Ich mache mir noch einen Kaffee. Gebe dem Mann dann noch eine gute Nachtknutsch. Wir gehen mal alle für kleine Flauschrauben. und dann sehen wir uns hier gleich wieder und lassen uns mal noch mehr zum Sushi-Madness erzählen. Ein paar Minuten. Bis gleich. Stopp. Wieder da. Nun mag ich Sushi haben. Ich habe tatsächlich immer noch, noch nie in meinem Leben Sushi gegessen. Danke für die WBs. Danke für die WBs. Es soll es geben. Da. Da. Hier. Das Restaurant sieht super aus. Was fehlt denn noch zur Eröffnung? Der Goldzahnpiranha. Ein Fisch. Du meinst, alles ist fertig und es fehlt nur noch ein Fisch? Nicht irgendein Fisch. Der Goldzahnpiranha ist der perfekte Fisch für die Eröffnung des Sushi-Madness. Warum ausgerechnet dieser Fisch? Vor einigen Jahren, als ich die perfekte Bambusmatte für das Restaurant gefunden hatte, fiel ich zunächst in ein emotionales Loch. Ich zweifelte an mir. Na klar. An dem Restaurant. Natürlich. Sogar an der Bambusmatte. Nein, doch nicht an der Bambusmatte. Ich war, bewegte mich nicht, aß nichts, trank nichts, sprach kein Wort. Uff. Doch nach acht Tagen und Nächten. Diese acht überall. Weißt du, wer da die Stille durchbrach und zu mir sprach? Jetzt metaphorisch? Die Bambusmatte. Natürlich. Natürlich. Ich war mir alles klar. Ich wusste, welche Nori-Blätter das Sushi-Madness verlangt. Welchen Reis und welchen Fisch es zur Eröffnung geben müsste. Den Zahnlückenpiranha. Goldzahnpiranha. Zahnlückenpiranha. Goldzahnpiranha. Genau. Alles klar. Jetzt wissen wir, was wir fangen müssen. Hey Barney. Ich bin auf der Suche nach etwas sehr Seltenem. Oh ja, nach was denn? Nach etwas sehr, sehr Seltenem. Egal was. Es sollte nur echt richtig selten sein. Wie selten? So maximal sechs Stück weltweit selten. Wirklich? Das ist interessant. Ich weiß, von wem du so etwas Seltenes bekommen könntest. Echt? Von wem? Ich schlage dir etwas vor. Bring mir den Goldzahnpiranha und ich helfe dir weiter. Ach nö. Ach doch. Du gibst mir etwas. Ich gebe dir etwas. Natürlich. Das ist alles miteinander verbunden, Kleiner. Ja. Das Große und Ganze bildet am Ende einen Kreis. So wie Sushi. Du wirst schon sehen. Doch sei vorsichtig. Der Goldzahnpiranha ist ein gefräßiges Kerlchen. Oh. Okay. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? So etwas interessiert mich nicht. Mein Leben dreht sich nur ums Sushi-Madness. Natürlich. Ich habe heute jemanden getroffen, der hätte alles für deinen Schnurrbart gegeben. Oh ja. Ja, sieht klasse aus, nicht wahr? Aber Fahrradfahren ist die Hölle. Es ist ein Geben und ein Nehmen, nicht wahr? Kann er ihn da nicht hochbinden einfach? Es ist ein gefräßiger Fisch. Erzählt er uns, sagt er uns noch irgendwas? Wie war das noch mit diesem Goldfisch? Du besorgst mir den Goldzahnpiranha. Und ich helfe dir, den seltenen Gegenstand zu finden, den du brauchst. Okay. Mehr Infos kriege ich nicht, ja? Ich bin da dran. Alles klar. Ich gehe dann mal diesen Fisch angeln. Viel Glück. Danke. Der Sushi-Madness-Inhaber. Ich habe einen alten Mann getroffen, der ein Sushi-Restaurant eröffnet. Ziemlich durchgeknallter alter Kerl. Aber er behauptet, er könnte mir helfen, einen seltenen Gegenstand zu finden, wenn ich ihm einen Fisch für sein Sushi fange. Der Goldzahnpiranha. Oder so. Zahnlückenpiranha. Kindertisch. Das ist der Kindertisch des Sushi-Madness. Mit kleinen Sushi-Ausmalbüchern und... Wow. Das sind ja eine Menge Buntstifte. Meins. So viele Farben braucht man zum Sushi-Ausmalen ja wohl nicht. Eben. Sehr schön. Wir haben Sushi-Madness-Buntstifte. Dieser Handvoll Buntstifte lagen auf dem Kindertisch des Sushi-Madness. Sehr gut. Wir haben Buntstifte. Ich mag Stifte. Eimer. Der Eimer ist voll mit Hummerscheren. Oh, sehr gut. Eklig. Nimm einen mit. Aber praktisch. Ja, bitte. Ich nehme eine mit. Ja. Sehr gut. Ich weiß auch schon genau, wofür wir die verwenden. Hummerschere. Dieser Hummer war Linkshänder. Habt gehört, die sind kreativer. Naja. Das bringt ihm jetzt wohl auch nichts mehr. Die Hummerschere ließe sich gut als Zange verwenden. Yay. Uh. Nein. Nein, nein, nein. Katze wieder, ne? Ich sag's euch. Sieben hier noch was angucken. Nein, rein darf ich auch nicht. Fackel darf ich nicht. Ist noch irgendwas? Ich will nichts übersehen. Diese Schatten hier. Klar. Warum eigentlich am helllichten Tag überall fackeln? Überall fackeln. Okay. Pass auf, Avery. Neue Informationen. Ich muss einen besonderen Fisch fangen. Ja. Ich glaube, dann kann ich diesen seltenen Gegenstand besorgen, den wir brauchen, um ihn gegen das Irrlicht zu tauschen. In Ordnung. Dann mal los. Kannst du mir helfen? Beim Angeln? Ich bin im Körper eines Papageien. Wie stellst du dir das vor, du Genie? Hast du nicht wenigstens einen Tipp oder so? Einen Tipp? Du meinst sowas wie ein Merksprung oder wie? Sowas wie, nichts ist blöder als Angeln ohne Köder. Oder, ähm, wenn ich auf den Boden blute, halte ich wohl falsch herum die Rote. Okay, okay. Bitte keine Tipps mehr. Bei einer Sache bin ich mir sicher. Gute Angler angeln immer mit einem System. Ohne ein System stochert man im Dunkeln. Ein System? In Ordnung. Ich schaff das schon irgendwie. Ein System. Ich geh dann mal weiter. Aha. In Ordnung. Gut. Haben wir uns, äh, notiert. Oder so. Der Katz im Anmarsch. Ja, das war schon das dritte Mal heute. Segel setzen, Malte. Schwierig. So, aber erstmal zurück, äh, nach... McInany Palms. Du, warte. Denn wir haben ja die Schere. Die Schere. Und die Schere benutzen wir als Zange. Zange. Da. Aber geil, hat besser gereimt, als die drei Fischer, äh, zu Anfang. Das stimmt wohl. Dann wollen wir mal. Yay. Ja, das hat geklappt. Uh. Hey. Der Spiegel wirft die Sonnenstrahlen jetzt gebündelt an den Strand. Muss jetzt ganz schön heiß dort sein. Oh. Übel. Oh. Diesmal sind wir nicht gefallen und gestolpert. Diesmal nicht. Oh. Oh, ich ahne Schreckliches. Hm. Okay. Ja, das sieht aber nicht gut aus, du. Ei, 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 ei. Finger weg. Oh. Guck dir das an, das ist doch nicht gesund. Junge Frau. Hey. Hey. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber... Was? Ach du meine Güte. Meine Haut. Ich hab's wohl übertrieben. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss drängend in den Schatten. Die wechseln. Die wechseln. Oh, sie hat was fallen lassen. Oh, sie hat was fallen lassen. Was hat sie fallen lassen? Raumkarte. Oh. 5, 0, 7. Raumkarte für Raum. Herz 49. Eine Raumkarte für das McAnally Hotel. Auf der Rückseite steht eine Prüfziffer. 5, 0, 7. Herz 49. Okay. Herz 49. Wir gucken. Wir gucken. Herz 59. 40. 49. Herz 49. Herz 49. 41. 49. Audrey Herring. Herz 49. Audrey Herring. 5, 0, 7. Hey. Hey, hey. Stopp. Ein Tritt nur für Hotelgäste. Nö. Aber bin ich doch... Aber ich bin doch ein Hotelgast. Ach ja. Name? Audrey Herring. Audrey Herring. Hm. Zimmernummer? Herz 49. Raum Herz 49. Hm. So weit alles in Ordnung. Hey, paar Warte. Drei-stellige Prüfziffer? Fünf. Fünf? Null. Null? Sieben. Sieben. Oh, das ist alles richtig. Ja, da guckste, wa? Bitte entschuldigen Sie, Frau Herring. Die Bräune lässt sie viel jünger aussehen. Ha. Danke. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Teddy McInellys Eltern. Steve und Emilia McInelly führten einen Fischerbetrieb, der bereits seit Generationen im Besitz der Familie McInelly war. Teddy war ihr erstes und einziges Kind und sollte später ebenfalls den Fischerbetrieb übernehmen. Kinderfoto. Bereits im Kleinkindalter wurde deutlich, dass Teddy ein trotziges Wesen mit einer ausgeprägten Abneigung gegenüber Autoritätspersonen hatte. Aus Prinzip machte der junge Teddy stets das exakte Gegenteil von dem, was seine Eltern von ihm verlangten. Ja, so gehört sich das. Genauso. Jetzt ein Brat her. Oder Reddy. Es wird gesagt, dass der Satz seines Vaters, nur mit Spielen kannst du kein Geld verdienen, ihn schon als Kind so herausforderte, dass er sich vornahm, seinem Vater das Gegenteil zu beweisen. Als junger Erwachsener erfand Teddy McInelly schließlich das weltbekannte Spiel Krakenfodder und wurde damit unermesslich reich. Oh, ist das süß gemacht. Teddys Vater gab zu, sich geirrt zu haben und schlug Teddy vor, ein weiteres Spiel zu entwerfen, um den finanziellen Erfolg weiter auszubauen. Aus Trotz entwickelte Teddy McInelly nie wieder ein Spiel und widmete sich der Fischerei. Später gründete er den Anglerklub, die schnellste Route. Später gründete er den Anglerklub, die schnellste Route. Später gründet er den Anglerklub, der in der Wald, Mats und Martin, Teddy McInelly, der möglicherweise anders heißt, das könnte nicht nur, nein, 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 nicht ganz rechts, nein, 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 warte, Barney, Louis und Kahn, das sind vermutlich hier die zwei Katzen, ne? Hans und Martin sind hier die zwei, zwei Katzen. Und dann kommt hier ein gewisser Andrea Suica. Und Justus Lauten sowie Schreihals Tobi und Simon Raab. War gestern so schön, als Anni das gesehen hat. Ja, ich hab's auf Twitter gesehen schon. Ist das der, der bei Gronkh war? War das nicht der Typ, der mal bei Gronkh war? Ja, 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 hat auf dem, ja, ja, das ist definitiv das Unreal Engine Logo auf Moodlein, ja. So sprachlos und gerührt, das glaube ich gerne. Ist voll schön. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein Screenshot machen. Voll hübsch. Der Marketing-Fuzzi, ne? Kann man das, kann man hier noch irgendwo klicken? Nee, ne? Das ist nur zum Gucken. Klar. Ja, ich muss immer hier ein bisschen rumklicken. Ach, schön. Die Angel können wir auch nicht anpacken. Becken mit Zitteralen. Ein Becken mit zwei ziemlich aggressiven Zitteralen. Es ist durch den Fluss, der durch das Hotel fließt, stets mit Frischwasser versorgt. Hm. Okay, das merken wir uns. Mit dem handgetöpferten Klo. Anni ja Huli in einem Unity-Spiel. Mhm. Ja. Wo ist das Humlin? Beim Angeln führte Teddy McAnally stets Buch über seine Fänge und notierte dabei genau die genutzten Köder, Orte und das Angel-Equipment. Auf dem Diagramm sind eine Menge Pfeile, Nummern und Fische abgebildet. Hey, der da hat goldene Zähne. Das muss der Fisch sein, den dieser Sushi-Mann braucht. Das Diagramm wäre bestimmt hilfreich, um diesem blöden Fisch zu angeln. Aber das kann ich mir niemals merken. Ich muss es irgendwie abhausen oder so. Sehr gut. Okay, alles klar. Hast du überhaupt kein Problem? Pass auf. Hm. Mal sehen. Mit diesen Stiften und dem Mumienpapier könnte das klappen. Ja. Voila. Voila. Ah. Okay. Aber, aber es ist schon, es gibt mehrere Wege, oder? Sehe ich jetzt schon richtig. Jetzt ist es Zeit für die Info. Die Info? Gib mir die Info. Hä? Fragezeichen? Nee, für mich ist es jetzt nicht unbedingt ein Hä hier gerade. Ich sehe halt einfach nur, dass es offensichtlich mehrere Wege gerade gibt, um an den Goldzahnpiranha zu kommen. Ne? Also wir können ja entweder hier oben lang gehen, darüber an den Goldzahnpiranha. Oder, äh, hier so den Weg, also ne, und dann darüber und dann dahin. Also das ist ja, ja sonst wie viele Wege. Wenn du den Fisch gefangen hast, dann frisst er deine Angel und die ist dann weg. Ah. Okay, das ist eine sehr, sehr wichtige Info. Ja. Dann weichern wir jetzt auf jeden Fall mehrfach. Vor du den letzten, ja, ja, ja. Okay, alles klar. F3, ein Fisch. Mhm. So, Bild vom Zitteraalen. Auch beim Angeln hielt McAnally sich nur sehr ungern an die Norm. Statt Forelle oder Barsch angelte Teddy McAnally mit besonderer Vorliebe ausgewachsene Zitteraale. Natürlich. Im hohen Alter fiel Teddy McAnally in ein Becken mit Zitteraalen und beendete daraufhin seine Anglerkarriere. Das ist eigentlich eine Frechheit, oder? Dass hier nur die Nachbildung steht. Teddy McAnally starb kurze Zeit nach seinem Zitteraalunfall und wurde hier beigesetzt. Blick auf seine Originalgruft mit seinem Original-Sarg. Uff, das Duftbäumchen da oben hat den Schwierigkeitsgrad ultra hart gewählt. Duftbäumchen. Ein Angler angelte auf Barsch. Das Wasser stand ihm bis zum Knie. Wie? Sie meinen, das reimt sich nicht? Dann warten Sie mal, bis die Flut kommt. Der ist wichtig. Ja. Das Duftbäumchen ist wichtig. War der schön? Da steht Kassandra-Stream. Achtung, Ertrinkungsgefahr. Da ist es wieder. Die Ertrinkungsgefahr. Ach, ist das schön. Ähm, warte. Ich, äh. Komme ich hier nicht wieder raus? Achso, man muss vielleicht... Ah, ja, okay, verstehe. Man muss hier hinten raus. Alles klar. Sehe ich ein. Äh. Ja, wir müssen jetzt angeln gehen. Hi, Onkel. An die Epic-Spiele. Es gibt zurzeit jeden Tag ein neues. Oh. Okay. So, na dann. Äh. Einen Grünfisch haben wir schon. Der kürzeste Weg wäre ja quasi hier oben. Das ist ja sozusagen der kürzeste. Hier oben lang. Wobei, nö. Hier unten lang geht er auch. Eigentlich Wurst. Oh, nice, Onkel. Okay. Soll ich einen bestimmten Weg nehmen? Nö, ne? Ist egal. Also, ich würde auf jeden Fall gerne, äh, logischer... Also, ich würde gerne meine Flaschenposten auch finden. Das ist ganz klar. Aber wir können ja erstmal mit, äh... Ja, machen wir einfach mal A4, würde ich sagen, oder? Ja, komm. A4. Ne, warte mal. Ah, gelb? Können wir den goldenen Faden irgendwie... Da müssen wir mal gucken, ob wir den... Weil ich gehe davon aus, der goldene Faden ist das Gelb. Wollen wir mal schauen. Was hatte ich gerade gesagt? Oh, verdammt. Äh, A4. Probieren wir direkt mal. Schwer in Arbeit. Das Feld ruft. Ah. Ja. Aha. Sehr niedliche. Eine auch hier, äh, bekannte Zeichnerin. Und eine von Eirange. Ja, gerne. Was von Struppi vielleicht? Meinst du mit eine sehr bekannte Zeichnerin, Struppi? Juppi. Kann ich? Hey, diesen goldenen Faden kann ich auch als Angelschnur verwenden. Der Rechner muss bezahlt werden. Wieso habe ich jetzt nur... Achso, ja, doch. Genau. Roter Fisch. Und dann... Ähm, ähm, I4. Das weiß ich, was das ist. Und dann, ja. Zelfin, sag mir mal die, ähm... Die Position, äh, von... Von einer hier bekannten Zeichnerin. Und von der von Eirange. Und, äh, meine. Die würde ich... Das würde ich jetzt gerne anfahren. Struppi. Struppi. So, warte. Struppi ist C5. Rot. Wurm. Ei ist E5, grün, Wurm. Und meine ist B4, rot, Wurm. Alles klar. Dann... Die vom Bär haben wir schon gefunden. Pavedis. Segel setzen, Maite. Die vom Bär haben wir schon gefunden. Äh, C5, Rotwurm. C5. C5, Rotwurm. Struppi. Ade dem Kuchen. Es war ein Kuchen, prall und dick. Er stand ganz friedlich, frei und schick. Am Fenster plötzlich ein Gesicht, das auf den Kuchen sehr erpicht. Durch das Fenster schlich sich nun das Gestrüpp ans Heiligtum. Der Kuchen aber, ganz allein, blickte sehr naiv herdrein. Prüßte das Büschel gleich sehr nett, das ihm dann schmeichelte. Fokett. Je sprang das Büschel an ihn dran, mit allen Krümeln es verschlang. Den armen Kuchen ganz und gar. Herr je, das war vorhersehbar. Nice. Nice. Hey, Black Coffee Rider. Wunderschön. Oh, voll gut. Awesome. Awesome. Ja, mache ich jetzt. Ich mache dir jetzt eine Reihenfolge. Wir machen jetzt noch schnell den von Eirange und dann meinen an. Verfressende Raube. Wieso? Nein, nein, nein. Nicht ich. Struppi. Segel setzen, Malte. Nicht ich. G5, Grün Wurm. G5. G5. Grün Wurm. Oder an den bärtigen Piraten. Einst saß auf einem Eiland ein Bärt Garmanne. Ein Hühnegar, groß wie eine Tanne. Gepflegt war er kaum, einzig das Fass am Bauche. Sein Furz roch streng, der Atem nach Jauche. Die Nase knollig, die Ohren Blumenkohl, der Schädel aus Holz und innen klingt Zohl. Schmausen kann er, doch ist der Neid groß, teilt weder große Keule noch kleinen Kloß. Die Frau hockt im Dachstuhl, die Sklaven im Keller. So mampft er bloß selbst vom vollen Teller. Sein Eiland schwer zu finden ist. Der Hesse kennt's und schweigt. Kanonen geladen, die Mauern hoch. Besuchen ist er abgeneigt. Sehr schön. Oh, voll gut. Mikmizu, Hallöchen. Hi. Oh. So. Segel setzen weiter. Und jetzt damit Andi ins Bett kann. B5 Rotwurm. Ne, B4. B. B. Rotwurm. Yippie. Ach, Kobredsch. Kobredsch, danke fürs Zwangsverflauschen von Mikmizu. Mikmizu darf es sich... In einer geschwonsterten Gummizelle, in der Gummizelle, äh, äh, Gummizelle im Kokon gemütlich machen. Wurde hier mit Zwangsverflauscht. Kobredsch, bitte zeig die Gemeinschaftsräume Führer herum und zeig bitte nicht die Gruppendusche. Ups, abgerotet. Ja, nee, ist klar. Dankeschön. Danke, danke. Äh, muss ich nachgucken, Black Coffee Rider. Warte, warte, warte. Ähm. Sekunde. Wo ist Malte? Malte. Äh, Patrick Steinmann. So. Sind wir schon da? Weiß ich grad gar nicht. Sind wir schon da? Sind wir schon hingefahren? Ja, ne? Wir sind da, oder? Was? Rotwurm. Rotwurm. Lass mich noch ein Stück trinken. Der Schatz des Kokons. Wer auch immer diese Zeilen liest, dies ist eine Warnung. Begebt euch auf keinen Fall. Begebt euch auf die Suche nach dem wohl legendärsten Schatz, der jemals existierte, dem Schatz des Kokons. Auch ich hörte von den Unen, der Schatz der Schatz, der schickte, der schickte, der schickte. Und da ist wohl bald ein Ende finden wird, bleibt mir nichts, als diese Nachricht zu schreiben und zu hoffen, dass jemand sie findet. Lasst euch gesagt sein, der Schatz ist verflucht. Der Schatz ist verflucht. Was sich an diesem gottverlassenen Ort befindet, ist ein nasses Handtuch. Ja. Bare water. Raal auf. Bare water. Ja. So ist das. Ja. Danke für die Koordinaten. Rosa Mundaube. Kennt man die Ideen? Weiß es nicht. Nur R-Punkt wäre auch nett gewesen. Das ist schon okay. Anni, ich wünsche eine gute Fahrt. Und ein paar schöne Tage in der Heimat. Dankeschön. Das sind C-Promi von Arte. Ja, zu Yamaha. Hallöchen. Bye-bye, Anni. Ich dachte, die ganze Zeit, da steht nur R, weil du den Rest verdeckt hast. Ja, mein Kopf ist halt davor. Aber nein, da steht nicht bloß R-Punkt. Wir haben mittelgroßen Fisch. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz auf unser Fischfangdiagramm. I4 ist unser nächstes Ziel. Können wir R-Punkt Aube noch retten in den Kokon holen? Oder meint ihr, sie looten uns dann alles weg? Ja, nun. Türkische Küste gelesen, war kurz verwirrt. Ja, nun. I4. Grün. I4, grün. I4, grün, mittlerer Fisch, Angernstabend. Großen blauen Fisch gefangen. Halt. Und jetzt F3, gelb. Ja. F3, gelb. Malte. F3. Oh, okay. Speichern nicht vergessen, stimmt. Ja. Okay, hab ich. F3 ein Fisch. Äh, nach den anderen Fischfang. Den hatten wir doch schon. Marock, den gelben. Also wir kennen die alle schon. Wie gesagt, den hier hatten wir noch nicht. Also den hier hinten. Aber die hier vorne hatten wir ja alle schon. Die sind ja nicht neu. Da. Alles gut, Marock, nicht schlimm. Yeah. Hey, ich hab's geschafft. Das muss dieses goldige Kerlchen sein, das der Sushi-Mann braucht. Ja. Goldzahnpiranha. Ein ziemlich gefräßiger Piranha mit Zähnen aus purem Gold. Aber ich hab meine Angel noch. Noch. Und vielleicht noch. Hat noch jemand das Fischrätsel mit Axelbrut vorst? Hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Segel setzen, Malte. Hast du nicht gemacht. Da. Hm, alles klar. Der lüge Goldzahnpiranha hat mein halbes Invertar aufgefressen. Nein. Na, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Wow. Wie viel halt jetzt einfach weg ist. Der hat nicht nur die Angel gefressen. Die Sau. Das ist ja wohl eine Frechheit. Uff. Ich wusste, dass du den Goldzahnpiranha fangen würdest. Hat dir das etwa die Bambusmatte schon verraten? Ich habe sofort an dich geglaubt. Von der ersten Sekunde an. Gib mir den Fisch. Moment mal. Du hast mir eine Gegenleistung versprochen, Opa. Weißt du noch? Opa. Oh, ja, natürlich. Opa. Also, von wem kann ich diesen seltenen Gegenstand bekommen? Von einem Mann, den ich mal sehr gut kannte. Warte hier einen Moment. Hey, wo willst du? Felitier den Goldfisch, der schöne Lut. Eine Fischheit. Gib Müll, Luschi. Hier, nimm das. Ein Schneidebrett? Moment. Ist das neu? Nein. Ich habe in meinem ganzen Leben nur fünf dieser Schneidebretter hergestellt. Es ist Schneidebrett-Pitt? Ich, junge Dame, ist das sechste. Nimm es. Es gehört dir. Du bist Schneidebrett-Pitt. Nein. Der war ich einmal. Jetzt bin ich Sushi Madness-Pitt. Aber das verstehe ich nicht. Du bist berühmt für deine Schneidebretter. Du könntest ein Vermögen damit verdienen. Berühmt? Na und? Darum geht es im Leben nicht, Kleine. Mein Herz schlägt für Sushi. Das ist mein Traum. Aber... Wie gesagt, irgendwann wirst du es sicher verstehen. Der Weg, der den größten Erfolg verspricht, ist der Weg, auf den sich alle schubsen. Dabei gibt es so viele schöne kleine Wege im Leben. Oh, wie weiß er. Und meine führt ins Sushi Madness. Kühlbäuer-Einspielung. Boah, nice. Das Sushi Madness ist offen. Boah. Okay, Moment. Äh. Schneidebrett-Pitt. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Es hat sich herausgestellt, dass der Sushi-Laden-Inhaber der legendäre Schneidebrett-Pitt höchstpersönlich ist. Er hat mir eines seiner berühmten Schneidebrette angefertigt. Davon gibt es nur sechs Stück weltweit. Muss ich das Schneidebrett nur noch in Attilantes gegen das Irrlicht tauschen und es kann losgehen nach Pambo Island. Da wird der Koch aber glücklich sein. Naja, wir geben das nicht dem Koch, Barney. Ich habe jetzt keine Zeit für Sushi. Ich muss das Brett in Attilantes gegen das Irrlicht tauschen. Aber, 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 aber. Äh. 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 Schade. Ich gehe an mein... Entschuldigung. Den falschen angequatscht. Sushi-Verbot. Oh Mann. Segel setzen, Malte. Ah, Attilantes. So. Es ist unglaublich. Seltenes Schneidebrett. Ein Original-Schneidebrett von Schneidebrett-Pitt. Unglaublich. Dann gibt es nur sechs Stück weltweit. Hackeball Herbert würde total ausrasten. Das dürfen wir ihm nie erzählen. Niemals. Nicht so schlimm, hätte es nur eine Portion gemischtes Inventar bekommen. Willkommen zurück. Seltene Gegenstände kann man nicht oft genug sehen. Was? Noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem den Atem. Und los geht's. Oh. Mann. Ich glaube, ich habe hier etwas zum Tausch gegen das Irrlicht. Was hältst du von diesem Schneidebrett? Ein Schneidebrett? Willst du mich beleidigen? Ey, ey, ey. Es ist ein Schneidebrett von Schneidebrett-Pitt? Unmöglich. Ich kenne alle fünf Besitzer dieser Bretter persönlich. Ich versuche seit Jahren eins zu bekommen. Dies ist das sechste Schneidebrett. Quatsch. Es gibt nur fünf. Sieh es dir an. Aber, aber, es gibt nur fünf. Es gibt nur diese Gravur. Das kann nicht. Die Maserung. Der geschwungene Griff. Die Augen. Wie das Licht sich in der Saftrille bricht. Der Saftrille. Es verschlägt mir den Atem. Wo hast du das her? Schneidebrett-Pitt hat es persönlich für mich gefertigt. Unmöglich. Und jetzt tausche ich es mit dir gegen das Irrlicht. In Ordnung. Nimm dir das Irrlicht. Das ist deins. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hab ich dich, du leuchtendes, kleines Dings. Dings. Das Klo nehmen? Ja, aber ich darf das Klo nicht nehmen. Ich darf nur das Irrlicht nehmen. Chat. Guck, 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 guck. Leute, ich hab's. Ich hab das Irrlicht. Im Ernst? Na? Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Holen wir uns den Schatz. Malte, Segel setzen. Nach Pambo Island. Ich weiß. Onkel. Kleo positionierte das Irrlicht der versunkenen Galerie gut sichtbar am Bug der Versuch 38. Und mit dem Sonnenuntergang verschwand unsere abenteuerliche Crew im nautischen Nebel. Doch was Kleo nicht wusste war, dass sie jemand die ganze Zeit beobachtet hatte. Nein. Das ist sie. Das ist Pambo Island. Hier liegt der Schatz? Nun ja, ähm. Wir müssen in diese Höhle dort. Es ist echt dunkel da drin. Moment. Du warst schon mal hier? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen Licht. Malte, schnapp dir das Irrlicht. Ist das der Schatz? Eine Tasche? Äh, was? Ja. Ich meine, nein. Nicht ganz. Aber es ist genau das, wonach wir gesucht haben. Wonach wir gesucht haben? Aber wir haben doch nach dem Schatz der ewigen Erinnerung gesucht. Ja, ja. Ja, ja. Richtig. Und du sagtest, er wäre genau hier. Also, wo ist er? Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Was ist in der Tasche? Das, ähm, ist kompliziert. Wir müssen den Inhalt nach McAnally Palms bringen. Sofort. Was? Wieso? Was ist da drin? Ach, davon verstehst du nichts. Vertrau mir einfach. Bei all den großen Schätzen, die ich schon gefunden hab. Was ist in der Tasche? Nein! Cleo, warte! Bücher? Da sind nur ein paar Bücher drin. Cleo, bitte! Logbuch des furchtlosen Abenteurers Captain Avery Allwig? Logbuch Nummer 5. Heute habe ich den letzten Zykloppenkrebs erschlagen. Ich kann gar nicht zählen, wie viele es insgesamt waren. Ein Dutzend, vielleicht mehr. Sei vorsichtig damit! Bitte! Logbuch Nummer 2. Wochenlang wurde ich vom schwarzen Riesenlego an verfolgt. Die kleinste Unaufmerksamkeit hätte mein sicheres Ende bedeutet. Was, was ist das? Es gehört mir! Gib das zurück! Lass los! Nein! Oh, oh. Na. Toll. Ist. Ja. Super. Da drin sieht man die Hand vor Augen nicht. So kann ich da nicht rein. Was machen wir jetzt? Wir sterben hier, Cleo. Wir verhungern. Verdursten. Wenn einer von uns Glück hat, wird er vom Blitz erschlagen. Und das war's dann. Toll. Das war's? Das ist alles? Ei. Es ist vorbei. Aber du hast gegen untote Skelette gekämpft. Cleo. Syklopenkrebse und einen schwarzen Riesenlego an überlebt. Hör mir zu. Und jetzt gibst du auf? Es muss doch einen Weg geben. Sag schon. Was, was machen wir jetzt? Cleo. Das sind alles nur Geschichten. Wie? Was meinst du damit? Lügengeschichten. Verstehst du denn nicht? Keine Zyklopenkrebse. Kein Riesenlego an. Nichts davon habe ich erlebt. Einmal in meinem Leben war ich in Lebensgefahr. Und auf mich alleine gestellt. Und das war genau hier. Auf dieser Insel. Und rate mal. Ich hab's nicht überlebt. Du bist also hier auf Pambo Island gestorben? Naja. Nicht ganz. Vielmehr beim Versuch von dieser Insel zu fliehen. Ich hab viele Tage hier verbracht und es geschafft ein kleines Floß zu bauen. Aber ich verspreche dir. Ohne ein Ehrlich das einem den Weg zeigt. Findet man niemals aus diesem Nebel raus. Also sieh es sein. Wir werden hier sterben. Und für immer in Vergessenheit geraten. Na toll. Das macht ja Mut. Das mit Käpt'n Kabekas Hinterhalt war nur eine Lüge? Was ist schon eine Lüge, Cleo? Es gibt keine klare Grenze zwischen Wahrheit und Lüge. Doch. Die Einzelheiten waren sicher etwas anders. Aber letztendlich hat Kabeka mich zum Sterben zurückgelassen. Hier. Auf Pambo Island. Dann war Kabeka doch ein großer Abenteurer. Nenn ihn wie du willst. Wie viele andere auch. war er auf der Suche nach dem Schatz der ewigen Erinnerung. Er suchte jahrelang. Ging jeder Spur nach, die er finden konnte. Dabei fand er unzählige andere, kleine Schätze. Er wurde berühmt und er liebte die Aufmerksamkeit, die es ihm brachte. Also beschloss er einen Autoren anzustellen, der ihn auf seinen Abenteuern begleitet. Und seine Geschichten aufschreibt und ausschmückt. Ausschmückt? Aus seinem ausgegrabenen Schädel wurde ein halbes Dutzend untote Skelette. Aus einer nervigen Biene, eine todbringende, fliegende Bestie. Sowas in der Art. Oh, ich verstehe. Und das warst du, Kabekas Autor? All die Geschichten, die ich über Kabeka gelesen habe, die hast du geschrieben. Ei, die Buchreihe Entwinden und Entwischen sollte mein Lebenswerk werden. Entwinden und Entwischen. Aber es wurde vielmehr zu meinem Fluch, meinem Todesurteil. Gibt es diesen Schatz der ewigen Erinnerung überhaupt? Das habe ich mich auch viele Male gefragt. Aber es kann nicht nur ein Mythos sein. Irgendwas muss dahinter stecken. Aber der Schatz, der hier vergraben lag, war es jedenfalls nicht. Erzähl mir die ganze Geschichte. Warum hat Kabeka dich zurückgelassen? Ich war seit Jahren bei Kabekas Schatzsuche an seiner Seite. Die Bezahlung war mies. Jahrelang musste ich zusehen, wie dieser Mistkerl mit meiner Hilfe kistenweise Gold ausgrub und alles für sich behielt. Und dann musste ich auch noch jeden Tag aufschreiben, wie tapfer, kühn und heldenhaft er doch sei. Ich konnte es kaum erwarten, dass er endlich diesen einen Schatz findet. Dass er endlich am großen Ziel ankommt und ich meine Buchreihe mit einem würdigen Finale beenden könnte. Dann fand Kabeka etwas Interessantes heraus. McAnally war kurz vor seinem Tod auf Pambo Island. Er hatte sich ein Ehrlicht besorgt und ist mit einer Schiffsladung Gold in den nautischen Nebel gesegelt. Das musste es einfach sein. Kabeka fand ein Ehrlichter auf Flufki Island und wir segelten nach Pambo Island. Und tatsächlich, wir fanden hier einen riesigen Schatz. Irr. Kistenweise Gold. Doch es heißt, wenn man den Schatz der ewigen Erinnerung gefunden hat, würde sich ein Gefühl des unendlichen Glücks breit machen. Ein Gefühl der endlosen Zufriedenheit, der Erlösung. Aber nichts. Nur Truhen voller Goldmünzen. Wie immer. Kabeka war rasend vor Wut. Er befahl mir, die monströsen Schatztruhen an Bord seines Schiffes zu schleppen und ließ mich alleine in der Höhle zurück. Mit dem Schatz. Unbeobachtet. Verstehst du? Eine Münze. Mehr nicht. Nur eine einzige Goldmünze habe ich eingesteckt, bevor ich die Thronen an Bord gebracht habe. Aber Kabeka hat's bemerkt. Schlimmer. Sein bescheuerter Affe hat's gesehen. Ah, Fonso. Dieser Fall aus dem Klimat, den ich Humilele ihm gegeben hatte. Humilele hat... Okay. Jetzt wird's aber... Das wird jetzt aber... Moment. Käpt'n Kabeka hat Afonso von dieser gruseligen Keller-Oma... Keller-Oma. Ei, Afonso. Pff. Der Affe war sein Sidekick. Klar. Der Affe musste in allen Geschichten vorkommen. Afonso, bring mir die Karte. Afonso, betätige den geheimen Hebel. Afonso, Afonso. Und ich? Ich wurde auf dieser Insel zum Tode verurteilt. Wegen einer einzigen Goldmünze. Ich bin ja mal gespannt, was da noch hier, äh, ne? Ich mein, die Oma scheint ja, dass... Das scheint ja irgendwie alles... Und die Bücher... Gibt's ja plant gewesen. Ich hatte auf dieser Insel nichts bei mir. Außer meiner Tasche. Mit sieben leeren Notizbüchern. Und der todbringenden Goldmünze. Nichts davon half mir, auf dieser blöden, vertrockneten Insel auch nur eine Sekunde länger zu überleben. Und ich wusste, dass wenn ich hier sterbe, sich niemand an mich erinnern würde. Ich war ein Niemand. Alles, was ich geschrieben und veröffentlicht hatte, handelte von Käpt'n Kabeca und seinem beknackten Affen. Also hast du dir eigene Abenteuer ausgedacht. Sollte irgendjemand irgendwann noch einmal auf diese Insel kommen, würde er meine Logbücher finden. Dann würden sich die Leute an mich erinnern. Du wolltest nur herkommen, um die Bücher zu holen? Um sie nach McAnally Palms zu bringen und veröffentlichen zu lassen. Das ist alles, was ich wollte. Doch jetzt sitze ich auf dieser Insel fest. Schon wieder. Es muss doch irgendwie möglich sein, hier rauszufinden. Ich hab's versucht, Cleo. Keine Chance. Im nautischen Nebel verlierst du die Orientierung und kommst früher oder später wieder hier an. Ohne ein Ehrlicht, das einem den Weg zeigt, findet man niemals hier raus. Ich gebe nicht auf. Ich lass mir was einfallen. Mach, was du willst. Aber lass mich bitte damit in Ruhe. Als ich das erste Mal hier war, hatte ich auch noch Hoffnung. Ich bin es, Leitgeschichten zu erzählen, Cleo. Ich sterbe hier. Zum zweiten Mal. Schlimmer kann es jetzt wirklich nicht werden, oder? Na, toll. Das ist ja super. Na, natürlich regnet es jetzt. Na, klar. Naja, Marok, du hast halt einen Stream verpasst. Also den Start quasi des Spiels. Das waren halt drei Stunden. Das ist schon... Ja. Die Wahrheit über Avery. Avery hat mir die Wahrheit erzählt. Er war kein großer Abenteurer, sondern nur der Buchautor von Captain Kabeca. Er hat versucht, Kabeca zu bestehlen und wurde zur Strafe auf Pamu Island zurückgelassen. Wollte zu dieser Insel zurück, um seine erlogenen Geschichten zu retten. Ob wir hier jemals wieder wegkommen? Das ist alles seine Schuld. Das sehe ich nicht so. Das lässt sich ändern. Uh, Black Coffee Rider, das wäre aber schön. Das wäre auch mal schön. Ja, ändere das mal. Je mehr Leute dieses Spiel haben. Und dann immer dran denken, Steam Review. Ja? Denkt an die Steam Review. Wichtig. Regenwasser. Kristallklares Regenwasser. Na, klar. Können wir... Regenwasser. Ich erinnere mich da an etwas. Ich erinnere mich da an ein Rezept. Oh. Regenwurm. Mist. Er ist zu flink. Ich bekomme ihn nicht zu fassen. Hm. 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 Warte. Wollen wir gleich. Wir gucken hier erstmal noch ein bisschen rum. Baum. Ein gewaltiger Baum, der am höchsten Punkt der Insel gewachsen ist, sieht unheimlich aus. Hm. Hm. Okay. Gruseliger Baum. Der Regenwurm. Ähm. Vermutlich hilft mir der Cocktail, oder? Regenwasser. Mit Regenwasser Kaffee. Synapses Sunrise. Hm. Wir gehören auf die Stimme. Äh, Sprünge. Entschuldigung. Klar. Also, vor Fressen sind, sind wir nicht so flink. Mit Regenwasser Kaffee. Mit Regenwasser Kaffee. Ja. Warte. Miet. Regenwasser. Instant Kaffee. Mann, Kaffee to know. Fantastische Wahl. Komm sofort. Hey, Katie. Schon guten Abend. Wenigstens auf den Cocktail-Automaten kann man sich verlassen. Nen Kritikpunkt. Ha. Will ich nicht wissen. Kaffee to know. Dieser Cocktail soll das gehören so richtig auf Tour und bringen. hoffentlich hilft es, uns aus dieser Lage zu befreien. Mal das Cocktail-Bibel steht der Hinweis. Hochgelegen genießen. Also dann. Ich glaube, alle Indie-Devs sind mit diesem Spiel einfach nur noch deprimiert, weil jedes sich in Zukunft daran messen lassen muss. Das sind große Schuhe. Katie, du kennst... Wait. Katie? Du kennst es nicht? Katie. Da. Bitte. Unbedingt. Spiel bitte. Bitte, 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 bitte. 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 Bitte spiel dieses Spiel. Das ist von einem einzigen Entwickler, von Chris. Er hat eine Kickstarter-Kampagne gemacht vor einiger Zeit. Er hat auch ganz, ganz viele Unterstützer gefunden. Er hat das auch mit unterstützt. Und ganz viele andere haben das auch unterstützt. Also insgesamt über 1200, glaube ich, Unterstützer fand das damals. Das, wo du so Feuer und Flamme warst. Ja. Ja, 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 ja. Und es hat eine wundervolle Synchro bekommen. Es hat wirklich eine, eine Wunder, 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 Wundervolle Synchro bekommen. Struppi. Hallöchen, Struppi. Struppi, wir haben deine Flaschenpost gefunden und gelesen. Die war voll toll. Die war voll gut. Und, und ja, also wirklich, ganz ehrlich, Katie, ich kann nur empfehlen, ich spiel das Spiel. Und, 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 ja. Echt. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn du so generell so Point-and-Click-Adventures wie früher die LucasArts-Games oder Unforeseen Incidents zuletzt oder so sowas, ja, gemocht hast, ja, spiel unbedingt das Spiel. Es ist so gut gemacht. Die Rätsel sind sehr gut. Die sind, die sind tatsächlich auch logisch. Also ich finde übrigens, das muss ich, das wollte ich erst am Schluss erwähnen, aber das kann ich ja jetzt mal kurz sagen, dass die, es ist wirklich unglaublich logisch. Also ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass ich irgendwo irgendwie hängen geblieben wäre. Wir sind super gut durchgekommen, weil das einfach richtig gut gemacht ist. Wirklich logisch. Es macht Spaß. Ähm, oh, und es ist einfach so gut. Hm. Dann, Katie, ist es wirklich das perfekte Spiel. Dann spiel Cleo und schalte jetzt am besten bitte ab, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir, glaube ich, ziemlich nah vorm Ende stehen. Und es wären alles super harte Spoiler. Egal, was jetzt gleich so passieren wird und so. Und ja, ich habe neue Emotes, die hat die, die hat die liebe Lou gemacht, die Snoobulls. Aikidoa. Macher des Spiels ist vielleicht auch bei der Produktion liebri geworden, so wie es hier regnet. Nein, es musste noch schlimmer werden. Deswegen regnet es gerade. Fürs Achievement werde ich eh nochmal spielen, um die noch nicht gefundenen Achievements zu finden. Ja, das wird bei mir auch so sein, Struppi. So eine Stunde vorm Ende. Okay. Das Ende ist noch etwas entfernt. Okay. Ja, Stunde ist ja aber okay. Es ist einfach nur, also, ne, ich meine, das, was wir auch gerade von Avery so erfahren haben, ist ja, ist ja hart Spoiler, wenn man das noch nicht weiß. Ja. Machen wir so, Katie. Machen wir so. Bis zum nächsten Stream, wo ich dich nicht spoilere. So. Äh. Am höchsten Punkt genießen war die Aussage, wahr? Also gut. Zeig, was du kannst. Coffee to know. Buff. Da brettert es uns um. Den kann es uns Weihnachten. Eins kaufen, eins schenken. Oh. Oh. Was ist das für ein Ort? Ich fühle mich so konzentriert. Oh. Guck, oh, guck, wie schön das gemacht ist einfach. Ui. Teddy Macanelli. Die Legende um den Schatz der ewigen Erinnerung fing mit ihm an. Oh. Hier können wir nicht weiter. Hier können wir auch nicht weiter. ja. Nein. Nein. Ob ich eine Lücke in der Grenze finde? Man kann in acht Richtungen laufen. Ja, ja. Ich merke das schon, dass das kein Viereck ist. Das ist voll gut. Black Coffee, Ryder. Das ist richtig gut. Okay. Okay. Es ist einfach weg. Ähm. Das ist die Reihenfolge der Plakate, kann das sein? Dann kam der Zitteraal. Also das in der Ausstellung. Dann kam das Ding. Also die, das ist ja sein Kraken vor das Set gewesen. Und dann sein Grab. Und links nach rechts. Okay. Holen wir uns den Schatz. Macke, Segel setzen. Nach Hambo Island. Okay. Ja, es ist jetzt die Frage, von wo ausgehend. Von unten nach oben? Oder so im... Ich probiere es mal so, oder? Also, aber dann wäre es ja komplett richtig, so wie es jetzt ist. Ich wurde auf dieser Insel zum Tode verurteilt wegen einer einzigen Goldwünsche. Jetzt musste ich gar nicht zu... Also, naja, gut, Malte haben wir auch... Stimmt, wir haben Malte gar nicht gesehen. Also der war... Naja, der wird auf dem Schiff gewesen sein. Ja, Tokudere. Und dann... Ja. 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 Unterstützt das Spiel, der ist voll gut. Oder vielleicht jemandem schenken, Tokudere. Achso, nee, hatten wir. Moment. Nee. Wait. Stimmt irgendwas nicht. Ich wurde auf dieser Insel zum Tode verurteilt wegen einer einzigen Goldwünsche. Ah, okay, da ist die Goldwünsche, die habe ich nicht gesehen. Mist. Hier komme ich nicht weiter. Fühlt sich an, als ob irgendetwas fehlt. Was? So. Was passiert? Wow. Ja, fast vom Blitz erschlagen. Geht's? Aber, hallo. Mist. Er ist zu flink. Ich bekomme ihn nicht zu fassen. Sag mal, Malte. Alles gut, Malte? Hey, Malte. Kannst du uns aus diesem Nebel rausführen? Raus? Aus dem Nautis Nebel? Keine Sorge. Ohne das Ehrlich wären wir auf dem Hinweg sonst völlig verloren gewesen. Ich schätze, ohne Ersatz hängen wir hier fest. Nicht schnell genug trotz Kaffee, ja. Das war ja eigentlich meine Hoffnung mit dem Kaffee. Mein Kaffee morgens wirkt nicht so sicher. Sicher. Irgendeine Idee, was wir jetzt machen? Ich hab mir ganz schön die Rübe gestoßen. Kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Aber dir wird bestimmt was einfallen, oder? Ja. Da war der Hinweis auf den... Ich weiß aber leider gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf den Kaffee? Auf den Cocktail? Wenn ich mal nicht weiter weiß, mixe ich mir meistens ein Cocktail. Gibt kein Problem, dass ein Cocktail nicht lösen könnte. Ja. Wirklich? Ein Cocktail? Denk drüber nach. Ja. Da war der Hinweis auf den Cocktail. Okidoki. Okidoki. Ähm. Die Frage ist, wir kamen ja jetzt da drin nicht weiter. Warum nicht? Fehlt was? Lass mich einfach in Ruhe. Bitte. Oh, ich will ihn einfach nur knuddeln. Oh, wirklich. Das macht mich ganz traurig. Da drin sieht man die Hand vor Augen nicht. So kann ich da nicht rein. Hey, Aeromuck. Ich will ihn einfach nur knuddeln. So, können wir das jetzt nochmal machen, oder? Hm, noch nicht. Ich glaube, es fehlt noch etwas. Okay. Es fehlt was. Goldmünze können wir nicht ran. Hier kann ich nirgendwo mit irgendwas interagieren. Den haben wir. Steht irgendwas im Tagebuch? Nein. Lass mich überlegen, ne? Gute Nacht, Delfin. Adresszettel. Ein Hinweis auf den Ausstellungsraum. Wird damit nicht irgendwas... Ich mein dieser... Mustach... I mean... Irgendwo... Oh wait, brennende Ast. Oh lol. Jetzt holen wir uns die Goldmünze. Holen wir uns die eine Goldmünze? Sehe ich das richtig? Hm... Mit der Fackel sollte es gehen. Mal sehen. Marock, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß. Und Black, das ist super lieb. Marock, ich wünsche super viel Spaß. Genieß es. Genieß es. Wir müssen in diese Höhle noch. Es ist ein Doppelhörer. Seltsam. Ich höre immer noch diese Stimmen. Was ist der Kaffee? Was müssen diese Nebenwirkungen sein, die in Maltes Cocktailbuch erwähnt sind? Nur? Das macht der Cocktail halt. Ist nicht so, wenn man einen Cocktail trinkt. Hey, Moment mal. Da unter der Schaufel liegt etwas. Eine Goldmünze mit einer seltsamen Gravur. Die muss noch von diesem Schatz übrig geblieben sein. Hm. Irgendwo habe ich diese Prägung auf dieser Münze doch schon mal gesehen. Goldmünze lag in der Höhle von Pambu Island. Darauf ist eine seltsame Prägung, die mir bekannt vorkommt. Ach. Ticket für Attilantes. Guck mal. Ja, Attilantes. Na, schau mal einer an. So. Oh. Das war's wohl mit der Fackel. Kaputt. Das wundert mich wenig. Jetzt nehmen wir die Schaufel in die Hand. Alte Schaufel, die in der Höhle von Pambu Island lag. Und buddeln den bläuden Regenwurm aus. Da, mein Freund. Hab ich dich. Tja. So ist das. Gelangweilter Regenwurm. Ein stinknormaler Regenwurm. Er sieht echt gelangweilter aus. So, mit dem Regenwurm. Hey, Moment mal. Der Regenwurm hat einen meiner Leuchtpilze angeknabbert. Ist nicht sein, er. Leuchtender Regenwurm. Der Regenwurm hat von den Leuchtpilzen genascht. Und jetzt leuchtet er selbst. Das scheint ihm zu gefallen. I mean, ist das nicht... Ja, 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 ja. Aber reicht das? Also, ich mein... Mächt das nicht? Och Gott, das ist wirklich... Fühle das so sehr. Wir bräuchten aber eigentlich noch irgendwas, wo der drin ist, oder? Ich kann ja nicht kombinieren. Man kann Items nicht kombinieren. Im Inventor leuchtender Regen. Hey, Malte. Bis später. Okidoki. Hier. Ist noch ein Cocktail, oder? Haben wir jetzt nicht schon jeden... So, das hier müssen wir später... Die Nahtod on the Beach brauchen wir später mit Sicherheit auch noch. Magen mit der kalte Asche persönliches Opfer. Naja, das kommt mit Sicherheit noch. Den hatten wir gemacht, den haben wir gemacht, den haben wir genutzt. Okay, erst mal. Angeknabberte Leuchtpilze. Der Regenwurm hat die Leuchtpilze angeknabbert. Er scheint voll drauf zu stehen. Rüchtpilze anknabbernde Regenwurm. Können wir ihm die Münze... Oh, wir können ihm vielleicht die Goldmünze zeigen. Warte mal. Ich habe deine Goldmünze gefunden. Nein, wir können ihm nicht mal die Goldmünze zeigen. Das ist very sad. Okay. Oh, jetzt kann ich aber eventuell... Ah, warte, stimmt. Da war ja was. Jetzt können wir vermutlich wieder... Also gut. Zeig, was du kannst. Ja. Können wir. Eigentlich von selbst rauskommen müssen. Naja, er war ja quasi schon draußen zum Luft holen. Aber wir waren halt so langsam. Trotz Kaffee. Ach so. Kann ich jetzt wegrennen? Wäre aber auch nichts, oder? Nö. Gut, wo ist ein Knick? Das hat meiner zarten Informatikerseele echt weh geht da an. Hm. Gehe ich jetzt nach der gleichen Reihenfolge vor? I mean... Nur um... Ich will gerne wissen, ob das wirklich falsch ist. Ist das irrelevant? Es ist wirklich irrelevant, wie ich das mache. Das ist ja krass. Okay, ich dachte, es gäbe hier eine gewisse Reihenfolge. Ich will uns den Schatz. Mathe? Segel setzen. Nach Hamburg Island. Das ist also völlig irrelevant. Ich wurde auf dieser Insel zum Tode verurteilt. Wegen einer einzigen Goldbrinze. Wie ich das richtig bleibe. Ja. Die falschen löschst. Das kann sein, ja. Ja. Irgendwo habe ich diese Priebung auf dieser Mütze schon mal gesehen. Herzlich Willkommen in Atlantis, der versunkenen Galerie. Äußerst seltener Gegenstände. Das ist es. Die Goldmünzen, die Teddy McAnally vor seinem Tod hier vergraben hat, stammen aus Atlantis. Aber wie hängt das alles zusammen? Ja, man kann es nicht falsch machen. Das finde ich gerade tatsächlich ein bisschen schade. Na, weil das hätte man ja, also... Ja, man kann es nicht falsch machen. Du rennst einfach rüber die Dinger und einer ist dann definitiv richtig. Ja. Ja. Dort hinten steht das originale Kraken-Futter-Set von McAnally versöhnt. Mein Urgroßvater hat es in die Sammlung. Muss ihm ein Vermögen gekostet haben. Ich verrate dir mal was. Die wahren Schätze bestehen niemals aus Goldbrinze. Er lag bestimmt schon direkt vor deinem Herzchen. Du hast ihn noch nicht wahrgenommen. Das ist alles miteinander verbunden, du Kleiner. Das große und ganz gebildet am Ende einen Kreis. So wie Sushi. Du wirst schon sehen. Für das ganze Gold, das McAnally hier vergraben hat, hat er sein Kraken-Futter-Set an Attilantes verkauft. Der Schatz der ewigen Erinnerung. Ist das Set? Oder in dem Set? Das muss sich Avery erzählen. Muss so gemacht werden, nur begrenzter Kaffee-Regenforten? Nee, man hätte ja innerhalb dieses Zustandes quasi, das einfach immer wieder zurücksetzen können, sozusagen, wenn man das Falsche nimmt. Das wäre dann auch sehr schnell gewesen. Ja, gut. Stellt sich die Frage, inwieweit. Das hätte dann auch nur, also wenn du dann immer das Falsche, ja, dann musst du halt so lange einfach nur aufs Falsche treten, bis du dann irgendwann mal aufs Richtige trittst. Also auch das wäre vielleicht, ja. Nur Zeitschinden oder so gewesen. Ja, ist schon okay. Ja. Ja. Naja. Das Kraken-Futter-Set. Hm? Der Schatz der ewigen Erinnerung muss etwas mit Teddy McAnally zu tun haben, richtig? Mhm. Mhm. Die Kacken-Winzen, die hier vergraben waren, sind nicht der Schatz. Aber hast du dich mal gefragt, woher das Gold kam? McAnally war stinkreich. Er hat Kraken-Futter erfunden. Das ist jetzt nichts Neues, Cleo. Die Münzen haben eine Attilantis-Prägung, Avery. Was? McAnally hat sein Kraken-Futter-Set an Attilantis verkauft, kurz vor seinem Tod. Und das Gold, das er dafür bekommen hat, hat er hier vergraben. Du meinst? Ich bin mir sicher, der Schatz der ewigen Erinnerung ist in dem Kraken-Futter-Set. Oder er ist das Set. Oder es ist nur ein Hinweis in dem Set. Aber es muss etwas damit zu tun haben. Der Schatz der ewigen Erinnerung war zum Greifen nah. Und wir? Wir sind auf diese Insel gefahren, um hier zu sterben. Jetzt halt deinen pessimistischen Schnabel. Das ist ja nicht auszuhalten. Mir fällt schon etwas ein. Wenn ich dich an unsere ausweglose Situation erinnern soll. Ach, mir fällt etwas ein. Weißt du ja, wo du mich findest. Ah, komm, sei ruhig. Also. Können wir denn wirklich nichts mit der Marke des Schrimperiums anfangen? Ich meine, ich würde echt gerne dem Schrimperium irgendwie Informationen zukommen lassen. Hey Malte. Hey Malte. Bis später. Okidoki. 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 Wurmloch. Ich bin mir sicher, da unten steckt noch eine ganze Regenwurm-Großfamilie. Hm. Und das bringt mir jetzt genau was? Ich bin... Oh. Guck, wie sie leuchten. Wusste ich's doch. Eine ganze Großfamilie gefräßiger Regenwürmer. Ich kann euch seeeeh'n. Hey. Na? Na dann. Wollen wir mal. Wupp. Die passen auch so gut. Ja. Die Stimmen sind super. Wuh. 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 Ja, Mann. Oh, yeah. Okay. Da drin sieht man die so... Nein. Hm. Ich sehe schon. Hey, die Herrschaften. Da versammelt sich ein Schwarm Fische. Sieht aus, als wären sie in Aufbruchstimmung. Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische in die Panemo Bay. Keine Ahnung, wo die allher kommen. Hm. Das könnte nützlich sein. Sie schwimmen in die Panemo Bay. Hey, Fischi, Fischi. Feines Fressi, Fressi. Fressi, Fressi. Leuchti, Leuchti. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Leuchti, Nebli, Nebli. Ja, das hat funktioniert. Uh. Uh. I mean, Leuchti, Leuchti. Hey, 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 hey. Avery. Ich habe die Lösung, um von hier zu fliehen. Ja. Wie? Dieser leuchtende Fischwarm da drüben führt uns direkt hier raus. Oh, ja. Cleos Plan funktionierte. Die leuchtenden Fische setzten sich in Bewegung und führten die Versuch 38 raus aus dem nautischen Nebel Richtung der Panemo Bay auf McKinnelly Palms. Wenig später betrat Cleo erneut die versunkene Galerie Atilantis. Ja, Mann. Oh, wo ist er hin? Na, das ist jetzt aber... Frechheit. Es ist ja alles weg. Guck. 14, 5, 2. Ja, Mann. Oh, das habe ich nie versucht. Wow, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Die Bö... Das habe ich kommen sehen. Avery, was hast du mit Avery gemacht? Wer? Ach, der hässliche Vogel. Herr, richtig. Als er mich gesehen hat, ist er ganz heldenhaft weggeflattert. An deiner Stelle würde ich mit ihm nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Wenn du noch die Gelegenheit bekommst. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Jetzt habe ich doch glatt wieder seinen Namen vergessen. Avery. Ein flatterndes, pläpperndes Fernrohr. Mehr ist dieser Vogel für mich nicht. Die blöde Kuh. Du hast mich durch Avery die ganze Zeit beobachtet? Durch meine Spiegel, um genau zu sein? Ja. Ich habe alles mit angesehen. Und das meiste davon war ziemlich erbärmlich, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie hast du es tatsächlich geschafft, den Schatz zu finden. Das muss man dir lassen. Der Schatz der ewigen Erinnerung. Du wolltest ihn die ganze Zeit selbst haben. Wieso? Um selbst berühmt zu werden? Berühmt werden? Berühmt werden zu? Du verstehst überhaupt nichts, du einfältiges Dummchen. Euch geht es allen immer nur ums Berühmt werden. Es sollen möglichst viele eure Namen kennen, richtig? Eure großen Heldentaten sollen über Generationen hinweg in Erinnerung gehalten werden. Aber welche Heldentaten, Cleo? Was hast du schon für ein heldenhaftes Abenteuer erlebt? Du hast einen blöden Biber mit einem Lutschbomber verscheucht. Du hast eine Handvoll Regenwürmer ausgepottelt. Ja. Und in euren Lügengeschichten werden dann daraus Furchteinflößende Ungeheuer und gewaltige Schätze. Nein. Aber ich habe den Kraken überlebt. Ja. Du sagtest, das würde bedeuten, dass... Dass du die Auserwählte bist? Dass nur du den Schatz finden könntest? Ach, Kleine. Das habe ich schon so vielen überheblichen, selbsternannten Abenteurern erzählt. Und alle haben sie sich sofort Hals über Kopf für mich auf die Suche gemacht. Dein toller Käpt'n Kabeca war übrigens einer davon. Nein, der Kraken verschont nicht jeden. Aber er bringt mir keine Auserwählten, sondern manipulierbare Tagträumer, die wirklich glauben, sie könnten für etwas Größeres bestimmt sein. Die ist gemein. Du bringst mich dazu, nach dem Schatz zu suchen, um ihn mir dann zu stehlen und mich loszuwerden? Diese leuchtende Karte muss ja ganz schön viel wert sein. Kartei! Nicht bloß eine Karte! Und glaub mir, das ist sie. Nicht unbedingt für dich oder für irgendjemanden hier oben. Aber für mich bedeutet sie alles. Was ist denn hier oben? Und mit einer Sache liegst du falsch, Cleo. Ich hab dir den Schatz nicht weggenommen. Die Kartei ist noch in deiner Tasche. Und du wirst sie für mich im Jenseits abgeben. Was? Was? Ach, ich formuliere es einmal ganz deutlich. Du wirst nicht berühmt. Und ich werde es auch nicht. Aber es interessiert mich auch nicht. Ich will nur wieder in Ruhe arbeiten. Hä? Meine Arbeit im Jenseits war immer fehlerfrei. Alles hatte seine Ordnung. Die Verwaltung der toten Karteien war mein Leben. Anlegen, prüfen, archivieren, schreddern. Alles pünktlich zu seiner Zeit. Ich hatte alles unter Kontrolle. Alles im Überblick. Bis zu diesem Tag. Der Tag, als Teddy McAnally zum ersten Mal starb. Er war da. Er stand genau vor mir, als ich seine toten Kartei anlegte. Und dann war er wieder weg. Ganz plötzlich. Und die toten Kartei auch. Dieser verlauste Anarchist. Er hat es irgendwie geschafft, sie aus dem Jenseits zu stehlen und damit alles auf den Kopf zu stellen. Und ich? Ich wurde wegen der fehlenden Kartei aus der Verwaltung verbannt. Schlimmer noch. Ich wurde aus dem Jenseits verbannt. Ich schwor mir, dass ich Teddy McAnally finden würde. Und einige Monate später fand ich ihn. Leider zu spät. Er war mir wieder entwischt. Doch ich wusste, dass er die Kartei irgendwo hier oben versteckt haben musste. Nur wo? Ich erfand die Legende um den Schatz der ewigen Erinnerung, um naive Abenteurer für mich auf die Suche zu schicken. Dutzende Abenteurer über Jahrzehnte. Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Doch dann stand plötzlich dieses Abenteuer lustige, durchnässte, zynische Mädchen vor mir. Das ganze Abenteuer nur ein Verwaltungsfehler. Das ist halt wirklich, es ist halt... Wie fühlt es sich an, von der Verwaltung benutzt worden zu sein? Das ist halt echt... So beknackt, einfach. Wegen irgendeiner Beamtenschule, weiß ich denn. Oh, really? Deutsche Bürokratie im Jenseits. Ein deutscheres Spiel gibt es nicht. Ja, wirklich. Es ist halt wirklich so. Oh. Aber ich will nicht ins Jenseits. 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 Oh, du musst. Denn ich darf nicht zurück. Nicht bis Teddys toten Kartei wieder in der Verwaltung ist. Ich vermisse das Jenseits. Was ist denn so toll am Jenseits? Was ist so toll am Diesseits? Es ist so... Durcheinander. Es ist nicht zu überblicken. In diesem Gewirr wird es einem unmöglich, richtig von falsch, Wahrheit von Lüge, wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Ist das nicht so? Hier oben herrscht das absolute Chaos und niemand kontrolliert es. Ich habe hier Menschen gesehen, die ihre Pizza mit Ananas essen. Verdammt nochmal. Nein! Das ist eine Lüge! Lüge! Ja, man kann es schon, man kann es schon verstehen, dass sie ein bisschen verstört ist. Also ich meine, bei Pizza mit Ananas hört der Spaß halt einfach auf. Kobritz, danke für das Zwangsauflage von Alec. Alec ist im 16. Monat im Kokon. Alec, du darfst Poster, Bilder und Plakate in deiner Gummizelle aufhängen, dank Kobritz. Eine Wand bleibt aber bitte frei für ein riesiges Falschraubengemälde. Kobritz, vielen lieben Dank. Kommt abhanden und sie wird gefeuert. Bei mir verschwinden ganze Abteilungen. Kein Interesse, Hans. Das ist, äh, bedenklich. Der war los. Bedenklich. Nein, wegen dem Satz kaufe ich jetzt das Spiel richtig so, Leveler. Es wird Zeit. Was passiert, wenn McAnellys Kartei wieder im Jenseits ist? Ich kann endlich zurückkehren, um meine Arbeit wieder aufzunehmen. Toll. Und eins sage ich dir. Ich werde meine Arbeit in der Verwaltung effizienter machen als jemals zuvor. Na, warte. Was willst du tun, Kleine? Mich mit einem Lutschbomber anspucken? Willst du mich mit der Alkoholbahne deines Steuermanns betäuben? Einen glühenden Regenwurm nach mir werfen? Sieh es ein. Du bist keine Bedrohung für mich. Du bist keine auserwählte Abenteurerin. Du bist nicht einmal eine Randbemerkung in einer Geschichte wert. So. Bereit für dein letztes Abenteuer? Captain Cleo und der nasse Tod. Ach, die Fies. Also, noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem den Atem. Und los geht's! Echt, das ist Kicheln. Äh. Hä? Ich drücke, aber es passiert nichts. Soll irgendwas passieren, wenn wir das machen? Hä? Ja, ich werde wohl sterben. Ich kann dir zeigen, wie du jeden beliebigen Knoten innerhalb von Sekunden lösen kannst. Na? Willst du wissen, wie das geht? Na, toll. Du hast mich ertrinken lassen. Offensichtlich kann man das ja nicht aufhalten. Kapitel 4, der wahre Pianist von McAnally Palms. Oh, uff, die Verwaltung. Nein. Wo bin ich? Der Hinterhalt. Es war alles nur... Oh, warte mal. Zurück in Atilantis. Das haben wir noch gar nicht gelesen. Wir haben es geschafft. Der Fischschwarm führte uns tatsächlich direkt... Nee, wir haben nicht mal das da vorgelesen. Der Schatz der ewigen Erinnerung. Ich hab's. Malte hatte recht. Ein Cocktail hat das Problem gelöst. Teddy McAnally hat kurz vor seinem Tod seinen Kraken vor das Set an Atilantis verkauft. Das Gold hat er auf Pambo Island vergraben. Der eigentliche Schatz muss etwas mit diesem Set zu tun haben. Wir müssen dringend zurück nach Atilantis. Aber wie? Zurück in Atilantis. Wir haben es geschafft. Der Fischschwarm führte uns tatsächlich direkt aus dem Nebel bis zur Panemobay. Wer hätte gedacht, dass Bad Herr Peets Fischgeschichten doch zu etwas Nütze sind? Wir sind zurück in Atilantis. Aber Atila scheint nicht da zu sein. Mist. Komme ich jetzt an das Kraken vor das Set? Der Hinterhalt. War alles nur eine Lüge. Diese verfluchte Madame Yichumi Lele hat mich von Anfang an nur benutzt. Gibt überhaupt keinen Schatz. Es war nur ein Vorwand, um eine seltsame Karteikarte zu finden, die angeblich aus dem Jenseits entwendet wurde. Das Monster hat mich gefesselt und ertrinken lassen. Wo bin ich hier? Bin ich wirklich tot? Aber, wenn Kabeca es hier rausgeschafft hat, dann schaffen wir das auch. So viel ist ja wohl klar. So. Wir holen uns erst mal um. Wie üblich erinnerst du dich, was Malte bei der ersten Begegnung erzählt hat? Was sind das für seltsame Aktenschränke? Und überall sind diese bläulichen Lichter. Wirklich unheimlich. Reim, wo ist Malt? Was sind das für... Und wirklich unheimlich. Okay, also irgendwas hier. Nein. Nein. Aber das hat doch hier hingeleuchtet, oder? An den zweiten. Veröre ich mich jetzt? Das hat doch, wo wir hier standen, hat da geleuchtet. Jetzt haben wir den Raum verlassen. Oh. Oh, wir können raus... Oh. Oh, wow. Was soll denn das? Hat sich jemand aufgerufen? Äh, nein. Warum platzen Sie dann einfach so hier rein? Sie sind noch gar nicht dran. Warten Sie einen Moment. Ich muss das hier noch erledigen. So, wo war ich? Oh, Lichter und ein Typ mit einem Schreibtisch. Passt hier ziemlich gut. Meine Glorie wurde aktiviert. Ich glaube, das muss ein Irrtum sein. Ich... Es ist soweit, Frederick. Sie kennen die Regeln. Aber meine Urenkel haben die... Haben sie offensichtlich vergessen. Tut mir leid. Ich habe wirklich viel zu tun, also... Aber... Aber... Ja, da ist ein bisschen Kotze am Tisch. Wow. Der hat den einfach weggepixelt. So, jetzt sind Sie dran. Kommen Sie bitte. Nein. Nein, ich... Nein, ich gehe wieder. Hey, denken Sie, ich habe den ganzen Tag Zeit? Sie sind dran. Hey, denken Sie, ich habe den ganzen Tag Zeit? Sie sind dran. Tja, ist ja mal voll unfreundlich. Was stimmt denn mit dem nicht? Er ist aber Rochenes an dem Schreibtisch. Das ist eklig. Hey, denken Sie, ich habe den ganzen Tag Zeit? Sie sind dran. Äh, hi. Herzlich willkommen im Jenseits. Sie befinden sich hier in der Jenseitsverwaltung. Bevor ich Ihnen erlauben kann, den Freuden ihres Mausetoten-Daseins zu frönen, sind einige Formalitäten zu klären. Mein Name ist Archibald und ich bin für die Verwaltung ihrer Totenkartei zuständig. Schön. Äh. Okay. Die Verwaltung meiner Totenkartei Das Recht, über ihre Totenkartei zu verfügen und diese im gegebenen Falle mittels Schredder zu vernichten, gewährt mir diese heilige Vollmacht. Wie, du willst die Schredder... Wieso schreddern? Ich aber zügig und bitte ohne sie in irgendeiner Weise zu beschädigen durch. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie so weit sind. Dieses Schreiben bevollmächtigt dazu Totenkarteien anzulegen und sollte einer der beiden folgenden Fälle eintreten, diese unwiderruflich zu zerstören. Fall 1 An den Verstorbenen gibt es keine positiven Erinnerungen mehr unter den Lebenden. Fall 2 Der Verstorbene fällt irgendwie negativ auf. Das klingt doch ziemlich willkürlich. Das ist es. Und solange ich im Besitz dieser Vollmacht bin, unterliegt es meiner Willkür. Also benehmen Sie sich. Bitte. Nun, nächster Punkt. Nehmen Sie das. Sie sind verpflichtet, diese Glorie stets mit sich zu führen, um erreichbar zu sein. Klar. Voll oder so. Was ist mit dem armen Mann passiert? Oh, der wurde einarchiviert. Seine Zeit hier war abgelaufen. Das jenseits auch seine Kapazitätsgrenzen, verstehen Sie? Ich will nicht einarchiviert werden. Bin ich wirklich tot? Oh ja, selbstverständlich. Sonst wäre ich überhaupt nicht für Sie zuständig. Also kein Himmel und Hölle, was? Ach, Quatsch. Sowas gibt's hier nicht. Und keine ewigen Qualen im Fegefeuer und so. Oh, doch, doch. Das gibt's hier sehr wohl. Aber da kommen nur selbsternannte Radrennfahrer hin. Die glauben, sie müssten den Radweg nicht benutzen. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nun, also... Na? Wer von euch glaubt, er muss den Radweg nicht benutzen? Hä? Hä? Was meinst du mit erreichbar sein? Das Ding blinkt und piepst und vibriert, wenn Sie kontaktiert werden. Sie wissen schon, wie in diesen pseudo-italienischen Schnellrestaurants. Dann haben Sie sich unverzüglich hier in der Verwaltung zu melden. Hm, so wie der arme Kerl da gerade. Aha. Langsam denken Sie selbstständig mit. Fantastisch. Das ist gut, denn ich hab nicht viel Zeit. Ja. Ach, der Joker. Und der Onkel natürlich. Was ist ein Radweg? Ich fahre immer mit dem Auto auf dem Radweg. Also wirklich. Ja, mit dem Auto drauf fahre. Meckern alle. Was ist ein Rad? Kann ich die Vollmacht nochmal sehen? Ja, bitte. Darf ich die anzünden? Oh wait. Er holt sie ganz kurz raus. Okay. Kann ich die Vollmacht nochmal sehen? Natürlich. Das heißt, wir hätten... Ach, dem kommt da ein Geräusch. Okay, gut zu wissen. Merken wir uns. Nein. Mein Luch. Servus Kamikaze. Ausnahmeprotokoll. Ausnahmeprotokoll. Alter. Ausnahmeprotokoll. 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 Die Karteikarte ist zurück im Verwaltungsgebäude. Ich wiederhole. Teddy McInnellys Kartei ist zurück im Verwaltungsgebäude. Sie dürfen jetzt gehen. Sofort. Aber er hat meinen Loot vergessen. Das ist gut, denke ich. Ich denke, das ist gut. Wir nehmen den Gehstock mit. Der arme alte Mann. Raus jetzt hier. Ich darf den Gehstock nicht mitnehmen. Na gut. Teddys. Oh, nice. Hi. Hey, wer bist du? Hey, hey. Langsam. Du kannst hier nicht einfach so rollen spazieren. Was ist das hier? Oh, du bist gerade erst angekommen, oder? Oder? Das ist das Teddys. Die angesagteste Bar im Jenseits. No, no. Die einzige Bar im Jenseits. Die einzige? Wie kommt das? Ist eigentlich streng verboten, so eine Bar zu eröffnen. Ja, definitiv Joker, ja. Na, To Teddy. Ja, Teddy McAnally, richtig. Hat seine Totenkartei verschwinden lassen. Ich hab von der Geschichte gehört. Richtig. Zum Glück für uns alle. Na, To Teddy kann ja unten tun und lassen, was er will. Also hat er diese Bar hier eröffnet. Nice. Teddy hat damals gesagt, er will hier einen Ort des Austauschs erschaffen. Ein Platz für jedermann. Hier wird nicht unterschieden. Hier wird nicht geurteilt. Hier wird nichts von dir erwartet. Ist ein Zufluchtsort. Klingt gut. Um einfach miteinander zu quatschen, trinken und sich zuzuhören. Also, kann ich rein? Nein. Nee. War klar. Warum nicht? Naja, ist nun mal das Teddys. Das heißt? Na, du musst mich im Krakenfotter entschlagen. Dann darfst du rein. Ich dachte, hier wird nichts von mir erwartet. Naja, ist nicht ganz konsequent. Das geht zu. Aber so sind nun mal die Regeln. Ja, nur? Äh. Wenn sonst nichts ist, los geht's. Krakenfottern geht immer. Ich bin immer bereit für den Kunde Krakenfotter. Mein Freund. Das gibt's doch nicht. Das ist doch, wieso kriegen die denn immer einen Pasch? Das ist doch gefaked. Gefaked. Also, wirklich. Da ist der Kraken. So. Zack. Ja, Reaktion. Komm mal hin. Entscheide dich, was du machst. Jo. Na, da guckst du aber jetzt nicht schlecht. War mein Freund. Da guckst du aber. Den hab ich dir gegeben. Aber so richtig hab ich dir den gegeben. Jetzt hab ich den Kraken befreit. Zack, weg. Und das ist das hier. Feuer. Uff. Da war er weg. Die Hexe. Back to the Kraken. Irgendwann ist er ausgelegt, wie es passt. Vermutlich, ja. Schmodo, eine Anspielung auf Fotos. Und namenstechnisch. Weit ich nicht. War die Tür klingt pausibel? Ohne Karte. So. Jo. Zack. Weg mit dir. Abi. Aber Dali. Ausgeglichen. Automatisch mit einer Kanonenkugel. Zack. Und wieder. Weg. Boah. Was läuft hier für mich? Und da ist der Käpt'n. Alle Kugeln. Reaktion kommt. Also alle Kanonen. Oh. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Ist tatsächlich auch sinnvoll, weil er hat nicht mehr viel Karten. Also es wird langsam kritisch hier. War also verständlich, warum er, äh, beim, da sich lieber das gespart hat. Da ist der Kraken. Oh, fantastisch. Das, er hat jetzt vermutlich, das war so die Hoffnung auf den, äh, auf den Kapitän, ne? Aber, da kam der Kraken. Das war natürlich ungünstig. Was macht er denn jetzt? Ja, er holt den Kapitän zurück. Das ist verständlich. Nein. Oh, das war gerade ein Klickfehler. Nicht gut. Das war nicht gut tatsächlich. Nicht gut. Ah ja. Okay. Passiert. Passiert, passiert, passiert. Das kommt vor. Er machte nix. So. Da ist die Hexe. Einen Jungen wieder. Ja, das war irgendwie klar. Diesmal mache ich mir nicht nochmal einen Fehler hier. So, da ist, äh, der. Das ist Opfern, oder? Nee, das ist nicht schlau. Ich muss ja den Kapitän wegschießen, eigentlich. Er muss ja weg. Verdammt. Nee, warte. Doch, er hat einen Pasch vorne. Mist. Ah, bitte. Okay. Sehr gut. Okay. Das ist eine richtig spannende Runde hier. Diese haben wir nicht geschossen. Verstehe ich gerade nicht. Aber okay. Die hätte ich mir sparen müssen, ich Idiot. Äh, so. Keine Kanonkugeln. Hatte ich keine? Gar keine? Ah, verdammt. Ja, jetzt holt er natürlich enorm auf. Meine Güte. Was eine Runde, du. Ja, das ist schlecht. Nein! Oh, wie der Po... Was mache ich denn? Wieso klicke ich denn ständig? Scheißdreck. Bitte. Arrrrr. Das ist ganz schön gefährlich gerade. Boah! Huh! So. Komm schon! Weg jetzt! Ja! Gut. Heu, 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 heu. Gucke spielt, junge Dame. Danke! Viel Spaß im Teddys. Danke! Uh, das war aber jetzt auch, das war eigen. Hey! Was willst du denn schon wieder? Ah, schon gut. Oh, ich wollte doch noch ein bisschen schnacken. Das ist also das Jenseits. Und mein neues Zuhause. Sehr spannend gemacht. Ja, das war auf jeden Fall jetzt gerade eine richtig spannende Runde, du. Und knapp. Richtig knapp, du. Oh, ja, Mai. Guck mal, wen wir hier wieder treffen! Quarrier Pete! Und die Crew! Knoten Joe! Und wie hieß er? Vergessen. Frank? Nein, wie hieß er denn? Vergessen. Frank? Erik und Knoten Joe! Hey, Leute! Du schon wieder? Hä? Ich wusste, dass du uns Unglück bringen würdest. Ey! Ja, genau! Mach einen Abflug, du Pestvogel! Das ist Bad Herr Pete! Pete! Hey! Pete! Hm, die beiden sind total ins Gespräch vertieft. Da ist ein Bild. Von Teddy McEnally. Nee. Moment. Doch. Äh... Voll gemein. Verkackten trotzdem gewonnen. Lackerraupe? Nö, gar nicht. Frank? Das stimmt. Der hieß Frank. Oh, ich hätte das erklärt, warum er nicht ausgetrunken hat. Hm. Durchaus. Hm. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Monkey Island. Hing da nicht in Monkey Island auch einer am Kroneuchter? Da hing noch in der Bar auch einer am Kroneuchter. Skelett hier hinten, ne? Ja, oder Erbringer. Antonio Leiterendi! Hallo? KBK! Ich glaub, ich krieg keine Luft mehr. Das macht nichts. Du bist schon tot. Keine Sorge. Du bist es, oder? Captain KBK! Ich hab alle Bücher über dich gelesen. Ich bin echt dein größter Fan! Psst! Nicht so laut. Was machst du hier? Ich schätze dasselbe, was alle hier unten machen. Du, ich, der gute Antonio da drüben. Wir genießen unsere restliche Zeit, die uns im Jenseits bleibt, richtig? Bis wir in Vergessenheit geraten. Du wirst nie in Vergessenheit geraten! Du bist eine Legende! Psst! Ja, schon gut, schon gut. Ich hab deinen Buchautoren kennengelernt. Avery Orwick? Unmöglich! Doch! Wirklich! War ihm klar baut, Herr Mann. Dann hat er's geschafft, von Pambo Island zu fliehen? Nun ja, ähm... Ich hatte mich schon gewundert, warum ich ihn hier unten nirgends finden konnte. Gott sei Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ist ne lange Geschichte. Ich will dich damit jetzt nicht langweilen, aber danke. Jetzt geht's mir viel besser. Wie bist du gestorben? Avery hätte daraus vermutlich eine mitreißende Geschichte gemacht. Aber letztendlich war es nur ein unrühmlicher Tod durch eine Schlange. Ein Schlangenbiss? Nein, nein, die Schlange war völlig ungiftig. Ich bin darüber gestolpert und unglücklich auf eine Kokosnuss gefallen. Ja, die Story ist ausbaufähig. Ach, weißt du, das kümmert mich nicht mehr. Ich erzähl dir mal was. Als Kind hab ich auch Bücher gelesen. Von großen Abenteurern, so wie du. Und ich wollte auch so eine schillernde Figur werden. Ich war mein ganzes Leben lang versessen darauf, meine Geschichten so umreich wie möglich aussehen zu lassen. Und ich war erfolgreich, du kennst ja die Bücher. Und als ich dann als Legende starb, ins Jenseits kam und mich hier in Teddys Bar setzte, da hatte ich dann Zeit über mein Leben nachzudenken. Und weißt du, was mir klar wurde? Was? Ich hatte aufgehört zuzuhören. Wie meinst du das? Ich war so eingenommen von meiner eigenen Geschichte, dass ich einfach keine anderen Geschichten mehr mitbekommen hatte, verstehst du? Ich hab niemanden mehr wirklich zugehört. Und hier? Hier unten traut sich nun niemand mehr, mir seine Geschichte zu erzählen. Wieso nicht? Du kennst den Pianisten dort drüben, richtig? Antonio Leiterendi. Er ist vermutlich der beste und berühmteste Komponist und Pianist aller Zeiten. Denkst du, irgendjemand traut sich in seiner Nähe Musik zu machen? Keiner möchte sich mit ihm vergleichen, ob bewusst oder unbewusst. Wenn Antonio Leiterendi im Raum ist, spielt niemand das Piano. Wenn er nicht selber spielt, ist es um ihn immer still. Das ist das Schicksal des weltbesten Pianisten. Verstehst du jetzt, warum mir niemand seine Geschichten erzählt? Und deswegen sitzt du hier so einsam im Schatten? Oh, ich fühle mich nicht einsam. Ich habe in letzter Zeit gelernt, sehr aufmerksam zuzuhören und zu beobachten. Ich kann dir über jeden im Raum etwas Interessantes erzählen. Okay. Und ich habe mich immer gewundert, wie so viele Leute jährlich durch Kokosnüsse sterben. Tja, siehste. Unglücklich gefallen, zack, auf eine Kokosnuss drauf. Tja, machst du nix. Bufftot. Ja. Krabben. Der Grund sind Krabben. Schau bei Wikipedia unter Kokosnuss. Krabben. Was ist mit dem Kerl am Kronleuchter? Das ist leicht. Das ist Alfonso, mein bester Freund. Jahrelang an meiner Seite auf Schritt und Tritt. Leider viele Jahre davon im Körper eines Affen. Daher sein Spitzname Alfonso. Und er kann es sich leider einfach nicht mehr abgewöhnen. Wenn er etwas sieht, wo er sich ranhängen kann, dann hängt er sich ran. Dann hängt er sich ran. Kein Flack. Was ist mit den beiden dort, die Kraken vor das Spiel? Der Blunder heißt Erik und ist ein ziemlich schlechter Verlierer. Er behauptet, ihn hätte noch nie jemand wirklich in Kragenfordern geschlagen. Er verliert aber ziemlich häufig, behauptet dann aber immer, er hätte den anderen gewinnen lassen. Der andere nennt sich Knoten-Joe und kennt alle 605 Knoten der 55 Knoten-Großmeister. Ich habe auch gehört, dass er jeden Knoten innerhalb von Sekunden lösen kann. Ich hoffe wirklich, er zeigt mir das bald mal. Naja. Krabben werfen die Schlangen, nicht wahr? Ja, darum liegt die dann da rum. Genau. Die Krabben, also die Kokosnuss-Krabben werfen mit den Schlangen, über die man dann stolpert, um dann auf eine Kokosnuss zu fallen. Ja, genau so. Bye-bye, Courage. Eine gute Nacht. Schlaf gut. Was ist mit den beiden Turtel-Täubchen an der Bar? Pete kam gleichzeitig mit den anderen beiden Typen hier unten an und hat eine Menge interessante Fischergeschichten auf Lager. Was der alles schon gefangen hat, das würdest du nicht glauben. Und scheinbar hat der Magenbritter auch schon am Haken. Das ist Magenbritter. Magenbritter? Magenbritter ist der Sonnenschein des Teddys, das kann ich dir sagen. Immer gut gelaunt. Und sie trinkt die Belegschaft, ohne mit ihren angeklebten Wimpern zu zucken unter den Tisch. Sie muss auch schon zu Lebzeiten so gewesen sein, denn angeblich wurde sie mit einer Flasche Jagdunfall begraben. Na, schau mal eine an. Erzähl mir was über Antonio Leiter-Rendi. Leiter-Rendi hat viele Lieder über berühmte Persönlichkeiten geschrieben und wurde damit selbst weltberühmt. Und damit ist seine Zeit hier im Jenseits vermutlich eine der längsten von allen. Er spielt jeden Tag hier im Teddys seine legendären Lieder. Doch weißt du, was er macht, wenn der letzte Gast die Bar verlassen hat? Was? Wo ist seine Frau? Vergessen. Im Archiv. Ihre Zeit hier war sehr kurz, denn niemand erinnert sich an die Frau des großen Pianisten. Richtig? Egal wie wichtig sie für ihn war. Es gibt nichts, was Leiterin, die sich mehr wünscht, als dieses Lied schon zu Lebzeiten geschrieben zu haben. Er schrieb Lieder über mich, über Teddy McKinnelly und viele andere. Doch dieses, das für ihn wichtigste Lied, schrieb er zu spät. Wie tragisch. Huch, was ist jetzt los? Hast du, seit du hier unten bist, irgendwelchen Mist gebaut? Was? Deine Gloria. Sie ist aktiviert. Du solltest besser schnell in die Verwaltung, sonst gibt's Ärger. Aber ich wollte noch... Die können dich einfach einarchivieren, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Und mich auch, wenn ich weiter mit dir quatsche, obwohl deine Gloria aktiviert ist. Also, mach besser schnell. Ich kann's nicht glauben, ich bin wirklich tot. Im Jenseits, in einem seltsamen Verwaltungsgebäude, haben sie mir die Totenkartei von Teddy McKinnelly abgenommen und mich rausgeschickt. Seltsam hier unten. Das erste, was mir hier im Jenseits ins Auge fällt, ist eine riesige Bar. Teddys. Captain Kabeka. Ich hab Captain Kabeka höchstpersönlich im Teddys getroffen. Die Begegnung war ganz anders, als ich gedacht hätte. Ein bescheidener Mann im Schatten, der angefangen hat, die Geschichten um sich herum aufzusaugen, statt seiner eigenen zu erzählen. Besonders die Geschichte des Pianisten hat mich mitgenommen. Wir müssen uns beeilen. Sonst gibt's Ärger. 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 Nein, nicht sie. Der ist der mein frisch verstorbener Bote. Nein, nicht sie. Nicht sie. Wo ist Archibald? Hey, was machst du denn für ein Gesicht? Du. Hey, hey, hey. Nicht frech werden, junge Dame. Ich bin jetzt wieder im Besitz der Vollmacht des Jenseits. Blöde Co. Wenn du mir negativ auffällst, schredde ich deine Totenkartei und archiviere dich ein. Das geht schneller als ertrinken. Und was willst du noch von mir? Nun ja, ich wollte mich bedanken. Dafür, dass du Teddys Kartei überbracht und damit mein quälendes Exil beendet hast. Es läuft alles nach Plan. Und jetzt beginne ich, mir wieder Überblick zu verschaffen. Überblick? Überblick ist das Wichtigste. Mhm. Und die beste Art, um Überblick zu behalten, ist es auszusortieren. Du meinst, du willst Valos untote Seelen einarchivieren? Wer redet hier von Valos? Ich mache das natürlich mit einem klaren System. Teddys Bar. Alle, die diese Bar je betreten haben. Jeder, der dort je ein Bier getrunken hat, Karten gespielt oder am Flügel gesessen hat. Nein. Jeder, der auch nur zu lange durchs Fenster in diese verfluchte Bar geschaut hat. Jeder Einzelne wird einarchiviert. Au. Aua. Was? Was war das? Ich weiß auch nicht. Ich... Au. Au. Zitterahle. Ah. Na, die Lieferung zu ihrer Sofriedenheit. Wie? Das Schrimperium. Keine Beschädigung, Verzögerung oder sonstige Beschwerden. Das Schrimperium? Die Marke des Schrimperiums an ihrer Tasche. Zusammen mit dieser Adresse. Gültig für zwei Pakete. Gut verschnürt, unverzügliche Liefergarantie. Also, alles in Ordnung? Wir waren verstört. Ja, viel zu tun. Ja, alles in Ordnung. Äh, danke. Verschicken Sie gern wieder mit dem Schrimperium. Männer, ausrücken. Ich war tot. Die Elektroschocks. Natürlich. Teddy McAnally ist in das Becken mit Zitter allen gefallen. Deswegen das Nachtoderlebnis. Hatte er. Absolut korrekt. Oh, ist das gut gemacht. Das ist so gut gemacht. Ja, Sandman. Ja, ja. Äh. So, Mann. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 33 Monate im Kokon. Danke für den Anhaltenden Support. Du darfst entscheiden, in welchen Farben die Eisenstäbe, die dich vor der Außenwelt schützen, angepinselt werden sollen. Danke. Also, ich glaube schon. Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz nach. Es kam ja auch die Frage auf, wer... Madame Ichumilele spricht. Das ist Julia Rost. Julia Rost. Rost, vermutlich. Nicht Rost. Ne? Jetzt weiß ich leider gar nicht, wie der Shrimp hieß. Wie hieß denn der Shrimp? Der Shrimp hier drauf? Ja, genau. Shrimpos Maximos, Toro, a.k.a. Ivo. Ne? Also, wer die Liste der Voices haben will, die steht bei uns im Discord. Marsch. Malte! Malte! Er atmet. Zum Glück. Er scheint nur bewusstlos zu sein. Aber wo steckt dieser Papagei? Okay. Bitte alle haben mir das Leben gerettet, die Guten. Ihr seid ein paar Gute, sage ich euch. Wir kommen ja... Oh, wir dürfen sogar mal hier rausgehen. Na, das ist ja mal was... ganz Neues. Was ist denn hier los? Okay. Niemand am Klavier? Wo sind die alle hin? Es ist eine gewaltige Statue von einer Hand, die eine Kraken vor der Karte hält. Hm. Hm, besser nicht. Schade. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Ja. Avery? Avery? Ist auch niemand da, meine Güte. Im Grab, natürlich. Okay, warte. Ähm. Hier. Das Grab von Magen, Britta. Hier muss sie mit einer Flasche Jagdunfall vergraben sein. Sorry, Britta, aber... Ich muss mir das mal kurz ausleihen. Danke, Britta. Braucht das eben. Außerdem brauchen wir noch kalte Asche. Hey. Hey. Avery? Du lebst? Hast du meine Bücher retten können? Hätte er nicht. Deine Bücher? Nein, Avery. Jisho Milele hat mich an Ort und Stelle ertrinken lassen. Ich habe riesiges Glück, überhaupt noch zu leben. Danke für die Hilfe übrigens. Die, die Alte war plötzlich da. Was hätte ich denn machen sollen? Du hättest versuchen können, mich zu warnen. Du hast uns einfach zurückgelassen. Zum Sterben zurückgelassen. Kommt dir das nicht bekannt vor? Und du denkst nur an deine blöden Bücher. Niemand interessiert sich für deine Lüge. Ja, ich glaube, da hast du wohl recht. Ich war tot, Avery. Ja, das stimmt. Jetzt wissen wir, wer das Holzkreuz ist. Ich war in diesem Archiv, Cleo. Mich hatte man bereits komplett vergessen. Bis du dieses Buch gefunden hast. Und so wie es aussieht, werde ich schon sehr bald wieder dort landen. Jisho Milele hat dort gearbeitet. Und wir haben ihr geholfen, zurückzukehren. Und? Sie sagte, sie will aussortieren. Zahllose Karteikarten schreddern. Alle, die in Teddys Bar waren. Wir sind am Leben, Cleo. Solange du lebst, kann sie dir nichts anhaben. Nein, aber... Und selbst wenn? Was willst du dagegen machen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich nochmal zurückkehren könnte. Ins Jenseits? Ja, aber... Da gibt es nur ein Cocktail. Das ist verrückt. Mir bleibt keine Wahl. Natürlich bleibt dir eine. Du hattest ein großes Abenteuer. Und du hast es überlebt. Entwenden und entwischen. Jetzt ist die Gelegenheit zu entwischen, Cleo. Ich nutze sie. Du solltest es auch machen. Entwischen? Du meinst einfach nichts dagegen unternehmen? Das kann ich nicht. Diese Gelegenheit zu entwischen hatte ich damals nicht. Und ich werde sie nicht wieder verstreichen lassen. Das kann ich nicht. Es war wirklich ein Abenteuer mit dir, Cleo. Hat Spaß gemacht. Und das ist keine Lüge. Hey, Achim. Reanimiert. Wir leben noch. Malte und ich wurden vom Schrimperium für eine Lieferung zum McEnelly-Hotel gehalten. Äh. Was gehalten? Für eine Lieferung zum... Ja, okay. Wir hatten riesiges Glück, denn die Zitterahler haben wie lebendige Defibrillatoren auf unsere verstorbenen Körper gewirkt. Genau, das muss mit Teddy McEnelly auch geschehen sein, als er sein Nachtoderlebnis hatte. Das war wirklich knapp. Aber ich kann nicht ignorieren, was ich im Jenseits noch erfahren musste. Jumilele wird alle einarchivieren, die in Teddys Bar waren. Und das ist allein meine Schuld. Ich gebe es doch noch einen Weg, Jumilele aufzuhalten. Was sagte Malte noch zu mir? Es gibt kein Problem, dass ein Cocktail nicht lösen könnte. Mach's gut, Avery. Befürchte, das war meine letzte Begegnung mit Avery Orwick. Auch er hat überlebt. Doch er hat sich entschieden, die Gelegenheit zu nutzen, um zu... Entwischen. Ganz so, wie in seinen Büchern beschrieben. Und irgendwie kann ich es ihm nicht übel nehmen. Aber ich kann nicht einfach wegsehen. Ich muss etwas gegen Jumilele unternehmen. Und zwar schnell. Oh. Das stimmt, ja. Er hat das Auge noch. Das ist wohl wahr. Sagt sie was zu dem Kreuz? Nee, sie sagt leider nichts zu dem Kreuz. Aber, ja, das ist natürlich auch heavy, ne? Oh Mann. Okay, wir brauchen noch Asche und etwas Persönliches, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, nein. Ah. Oh no. Cocktail? Er muss hier angespült worden sein. Was hat sie für einen letzten Drink? Oh Gott. Der Arme. Aber ich hab noch nicht alles, was wir brauchen. Ach, Mensch. Ein letzter Drink. Der Cocktail 8000 wurde in der Panimo Bay angespült. Es hat ihn ganz schön erwischt. Aber er hat noch Saft für einen letzten Cocktail. Ich habe da auch schon ein ganz bestimmtes Rezept ins Auge gefasst. Oh wait. Ich weiß, wo wir die Asche herbekommen. Der Ofen brannte nicht mehr. Also, dass das Feuerchen im Hotel war aus. Da kriegen wir die Asche her. Wenn die hier schon wieder zwiebeln. Ja, das ist alles total traurig. Hm. Ich weiß nicht, was wir Persönliches dazu tun. Mal gucken. Tja, ich hab ja noch meinen Kraken vor das Set. Okay. Äh, Sekunde. Okay, komm ich nicht an meinen. Oh no, ist es broken? Nein! Was hab ich getan? Oh, bitte sei es nicht kaputt. Wait. Was ist passiert? Ich kann nicht mehr... Oh. Okay, ich lad mal ganz kurz neu. Wir laden mal den Auto safe. Äh. Wir haben die kalte Asche. Gut. Wuh! Ähm. Ah, alles klar. Magenbitter, kalte Asche, ein persönliches Opfer. Hallöchen Ice Cream. Nahtod on the Beach. Dieser Cocktail klingt so, als sei er für diese Situation genau das Richtige. Doch die Zutaten machen mir noch etwas Sorgen. Besonders das persönliche Opfer. Fürchte, ich weiß, was damit gemeint sein könnte. Mein Abenteuer ist noch nicht am Ende. Aber vielleicht ist dies das Ende dieser Geschichte. Okay, das hat also gefehlt, sozusagen. Weil ich gehe davon aus, wir können das Tagebuch als persönliches Opfer nehmen. Was glaube ich das? Was hört es eigentlich damit aus? Was weiß ich. Das Tintenfass. Man ist ja nicht einmal das Tintenfass gebraucht, oder? I mean... Hm. Strange. Komm, vielleicht noch. Hm. Hm. Nee, ich kenne immer noch nicht das... Ich kann es nicht auswählen. Muss ich da rein? Also ich... Aber ich kann doch das links nicht da... Also... Nee. Okay, ich bin irritiert. Äh. Ist irgendwas kaputt? Nein. Mache ich denn jetzt falsch? Ich weiß nicht, was ich hier etwas blöd gemacht habe, hat bei mir auch gehakt. Mir fällt halt das hier auf. Das da. Also, ne? Ich meine, hier ist ja ziemlich eindeutig... Aber wie soll ich denn, also... Ein persönliches Opfer. Tap drücken, ich Idiot. Also gut. Was für ein Tag. Ja, okay. Ist, ja... Ist, ist, ist... Äh, macht ja auch Sinn. Nee, das ist okay. Das ist in Ordnung. Auch nur durch Zufall rausbekommen. Aber es ist tatsächlich... Ja, das ist in der Tat nicht ganz intuitiv. Aber es ergibt Sinn. Also, ne? Rechtsklick ist halt immer das hier drüben. Ne? Also jetzt, wenn ich mit Maus und Tastatur... Und alles, was links ist, ist halt mit Tab. Also es ist... Es ist durchaus logisch. Nee, macht keinen Sinn. Doch. Doch, doch. Also es... Doch, das... Also es ergibt definitiv Sinn. Bumsi. Es ist nur einfach für den Spieler. Und das verstehe ich vollkommen. Eben das einzige Mal, wo das mal so kommt. Ja. Also ja, das... Ja, ja. Nee, versch... Also ja. Das macht es schwierig. Ja. Genau. Der Kontext ist klar. Der Kontext ist definitiv klar. Aber das kann natürlich zu Verzweiflungstaten führen. Also... Ne? Äh... So war er jetzt hier. Modifier. Die Asche. Flavor. Mein geschwärztes Logbuch. Oh. Oh. Es war mir eine Ehre, Cocktail. Also gut. Runter damit. Oh, Cocktail. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Es hat geklappt. Der Cocktail wirkt. Ich hoffe, nur vorübergehend. Hoffentlich. Dem ich ja auch vorher schon einen Bug hatte, bei dem es ohne Patch nicht weiterging. Na, okay. Das verstehe ich. Ja. Okay. Einzige, was wir haben, ist das Kraken vor der Set. Natürlich jetzt nicht. Wenn ich dieses Archiv richtig verstehe. Wenn ich dieses Archiv richtig verstehe, dann lagern hier die vergessenen Seelen der Verstorbenen. Die Armen. Hm. Okay, du blöde Zippe. Sie spielt. Oh nein. Sie hat schon angefangen. Ich muss sie irgendwie aufhalten. Da ist da ein Stecker. Können wir nicht... Oh. Was haben wir denn hier? 1, 3, 6, 5. Eine Büroklammer. Mhm. Afonso Zachary. Nickname Afonso. 1, 3, 6, 5. Der Afonso. Büroklammer aus der Jenseitsverwaltung. Sie scheint verkupfert zu sein. Hm. Ich gehe besser nicht weiter. Die Alte soll mich nicht sehen. Okay. Ein ziemlich schlecht isolierter Verbindungskasten. Das Kabel führt zum Schredder auf dem Tisch. Was? Wieso? Ich gehe besser nicht weiter. Die Alte soll mich nicht sehen. Das Buch. Das Buch. Verdammt. Ah. Okay, nochmal. Ähm. Pritz. Die legt das Buch hin. Warte, 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 warte. Pritz. Die nimmt das Buch gleich. Die prügelt drauf. Warte, 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 warte. Gib, 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 gib. Wer hat die Nummer? Äh. Gloria aktiv. Hier. Was? Verdammt. Äh. Hä? Ja, Moment. Ich finde das raus. Mit der Zettel. Hier habe ich hier... Sonst habe ich nichts, ne? Ich gehe bei dir. Kann ich weiter? Das ist okay. Das ist auch wirklich nur der Zettel, ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... Dann kann ich zurück. Okay. Also. Nochmal. Richtig verstehe ich das hier halt jetzt noch nicht. Also ich kann ja hier nichts... Gar nichts tun. Also nicht mit... In irgendeiner Art und Weise interagieren. Gibt es mir also, wenn das Buch da liegt? Ein ziemlich schlecht... Das Kabel führt hoch an das Kommunikationssystem. Okay. Na, nicht zurück. Hoch. Ich gehe bei dir. Ich darf es nicht. Ich... Ich muss rumper bien. Ich muss rumper bien. Ich muss rumper bien. Ich muss rumper bien. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Das war ganz sicher die Nummer, die auf dem Zettel stand. Irgendetwas scheint noch zu fehlen. Masochist. Ich bin zu dumm. Oh Gott, das letzte Zeichen. Was war das letzte Zeichen? Ah! Ein Auge mit einem Strich drüber. Okay. Ein Auge mit einem Strich drüber. Ein Auge mit einem Strich drüber. Ein Auge mit einem Strich drüber. Auge mit einem Strich drüber. Lampe. Drei Kreise mit Punkt. Äh, zwei Kreise mit Punkt. Auge mit einem Strich drüber. Lampe. Mit Punkt. Auge mit einem Strich drüber. Und dann... Oh Gott. Eins, drei, sechs, fünf. Oh Gott, sehr Dank. Oh ja! Oh yeah! Chaos! Oh my god! Oh yeah! Und ließ das machtvolle Dokument durch den Schräger halten. Da war sie weg. Bevor der Cocktail seine Wirkung verlor, entwendete Cleo, genau wie Teddy McAnally damals, ein Dokument aus dem Jenseits. Doch sie versteckte es nicht. Sie ließ es für jemanden gut sichtbar zurück, bevor sie McAnally Palms verließ. Cleo kam wieder nach Hause, doch ihre unglaubliche Geschichte erzählte sie nie jemandem. Sie erzählte von Malteseus, dem segelnden Cocktailmixer mit atemberaubenden Rezepten aus aller Welt. Sie erzählte von Knoten-Joe, der alle 605 Knoten, der 55 Knoten-Großmeister knoten und innerhalb von Sekunden lösen konnte. Von Erik, dem begnadeten Kraken-Vodderspieler, der ihr die Regeln und alle Tricks beibrachte und nie gegen sie verloren hatte. Sie erzählte von Pete, dem talentiertesten Fischer der Meere, der genau vorhersagen konnte, wann und wo ein Fischschwamm auftauchen würde. Und natürlich erzählte sie von Avery Orwick, dem größten Abenteurer aller Zeiten. Und wie er ein Dutzend Zyklopenkrebse und einen schwarzen Riesenlegoan überlebte. Nun, zurück zu meiner anfänglichen Frage. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ich denke, das Wichtigste an einer Geschichte ist ihr Zuhörer. Und, und natürlich eine bezaubernd markante Erzählerstimme. Zuhörer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, my name. Ihr könnt das unter anderem natürlich bei Steam kaufen, aber auch auf GOG. Ja, auch auf GOG, ganz wichtig. Oh. Ich will noch mal. Oh, es ist so schade, dass es vorbei ist. Oh, es ist so schade.